Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja, Hallöchen, der Arne, der Matthias und ich bin der René. Wieder in voller Mannszahl hier angetreten. Hervorragend. Alle da. In voller Montur sind wir hier alle bereit. Wir sollten nicht vergessen, Sonja fällt nicht jetzt unter dieselbe Kategorie. In voller Mann- und Frau-Stärke sind wir hier angetreten. MannInnen heißt das doch jetzt, oder? Vollzählig angetreten. Volle Personenzahl. Matthias, wolltest du Sonja eigentlich noch was sagen? Ja, ich möchte an dieser Stelle noch mal sagen, zwei Daumen hoch. Ich würde sogar noch einen dritten Daumen hoch machen, wenn ich eine dritte Hand hätte, um zu sagen, was Sonja letzte Woche Schönes gemacht hat mit diesem wundervollen, tollen Gedicht. Das hat mich sehr, sehr erfreut, hat mich sehr glücklich gemacht und vielen Dank. Sehr gerne. Es freut mich. Alle Leute, die nicht reingehört haben, in die letzte Folge erstmal Schande. Schande! Und dann hört euch mal Sonjas Spielbesprechung an, von einem Spiel, was wir nicht verraten. Naja, es ist relativ leicht rauszufinden, aber es wurde gereimt und ich fand das richtig cool. Oh ja. Und ich war, beim Schnitt war ich überrascht, wie lang das doch ging. Also, man sieht das halt so diese Pegel im Schnitt und ich dachte, das nimmt gar kein Ende. Also, krasse, krasse Arbeit. Also, ich hab mir dann auch so gedacht, so, wie würdest du das angehen? Und war schon nach zwei Zeilen irgendwie verzweifelt, weil ich würde das, glaube ich, nicht hinkriegen. Du hast nicht allen Reimen zustande bekommen? Der Hase läuft auf der Straße und dann fällt dir auf die Nase. Nee. Nee, glaube nicht. Griesbrei, nee, ach Gottchen. Kartoffeln sind rund, Spinat ist gesund, Griesbrei ist Pflicht, Spaghetti aber mein Leib gerecht. So, jetzt hab ich auch mal gereimt. Aus dem Pasta-Maker. Der Pasta-Maker. Das wichtigste Tensil des Jahres 2020 ist einfach immer noch gutes Gericht. Ja, für 2021 steht ein neues Küchenobjekt bei uns an. Ein neues Küchengerät. Ich hab, Moment mal, ich hab die Keksform noch gar nicht zugeschickt bekommen. Ja, wo sind die? China-Verscheun oder was? Äh, ja, gute Frage. Aber Matthias, du musst mehr rumjammern. Vielleicht schickt uns einer der Hörer was zu. Die Sonja hat damit Erfolg gehabt. Ich glaube, das liegt aber daran, dass Sonja die sympathischste von uns vieren ist. Verdammt. Glaubst du, wir haben da keine Chance? Ich halte die Chancen für gering. Wie ist denn das Ranking? Was meint ihr, wie ist das Ranking wohl? Also, wenn ich die Facebook-Kommentare bei meinen Videos da sehe, dann bin ich, glaube ich, ganz weit unten. Aber das liegt dann daran, dass du auch eine Spitzenposition einnehmst und da Sonja oben ist, musst du dann, willst du dann unten sein. Also, egal. Lass uns nicht über solche Spitzenpositionen oder Rankings Gedanken machen, sondern über andere Rankings. Ich berichte dann demnächst über den Dutch-Ofen, ne? Ganz genau, weil wir haben, glaube ich, wieder eine runde Folge. Genau, wir haben eine Top-Folge geplant. Und da wir jetzt so regelmäßig oder in höherer Schlagzahl die Top-Folgen machen, nach unserer Zähländerung, haben wir uns es dieses Mal etwas einfacher gemacht mit der Kategorien-Auswahl. Der Arner hat ja auch immer gejammert, dass es so kompliziert ist und merkwürdige Vorschläge und ... Nein. Doch. Obwohl, dann hast du eben, letztes Mal bei der Vorschlag hast du auch wieder gejammert. Ja, das ... Wenn ihr das wirklich durchziehen wollt, haben wir für die nächsten fünf Jahre unsere Top-Folgen festgelegt jetzt. Ja, wir machen aber nicht nur solche Top-Folgen, wir machen doch zwischendurch andere. Ich freue mich schon auf die Top-Folgen-Nummer, äh ... Genau. Die drittletzte. Diese Art. Ich will nicht sagen, aber der Toodles, der Christian Hildenbrand, hat ja letztes Jahr sich eine Challenge gesetzt, dass er jeden Monat ein Spiel mit jedem Anfangsbuchstaben spielen will. Und es muss jeden Monat ein anderes sein. Und er hat für jeden Anfangsbuchstaben zwölf verschiedene Spiele gefunden. War es nicht jeden Tag? Nein, nein, jeden Monat. Jeden Monat. Also er hat zwölf verschiedene Spiele mit einem X gefunden. Ich bin mir sicher, auch wir werden das hinkriegen. Ja, den muss man ja auch noch kennen. Egal, vielleicht sollten wir das Thema hier mal ... Genau, sorry. Genau, wir werden uns nämlich heute mal mit den Top-Spielen befassen, die mit einem A beginnen. Das Gute, A, das Gute, A, das Gute. Entschuldigung. Die Artikel lassen wir weg. Psst, willst du ein A kaufen? Psst, ein A? Psst. Ja, das hättest du mal vorbereiten müssen. Hättest du mal vorbereiten sein. Ich bin so enttäuscht von dir, Arne. Es gibt einen Grund, warum du am unteren Ende bist. Wenigstens tauche ich noch in jeder Folge hier auf. Äh, na, na, nicht in jeder. Nicht in jeder. Es gibt welche, da muss ich Monologe halten, weil ihr eine nicht mitmacht. Stimmt, ja. Ich hab dir angeboten, da mitzumachen. Hast du abgelegt? Äh, ja, weil ... Ich hab das einmal probiert mit dem Christian und das tat mir im Nachhinein für den Christian so leid, weil der war ja dann auch mehr mit Zuhören beschäftigt. Ja, aber der keine Ahnung hat, ne? Ja, ein bisschen bin ich auch schuld. Ansonsten, ich bin ja so einer, weißt du, ich komm ja aus, wenn ich erst mal mit dem Reden anfange, dann hört's ja nicht mehr auf. Wird schwierig, dazwischenzukommen, ich merk das schon. Also heißt das jetzt die besten Spiele oder die ... Ich hab da so ein bisschen, was ich halt mit A am gutsten finde. Das geht nicht um die besten Spiele. Ja, das machen wir schon immer so. Das, was du gut findest. Also ich finde, was bei Boardgame-Geek einen höheren Rang hat. Ich finde, Istanbul ist auch echt ein gutes, für mich ein gutes historisches Spiel. Das wollte ich mal festhalten. Wenn's jetzt noch ein Auktionsspiel wäre ... Hat das nicht irgendeine Erweiterung, wo Auktionsmechanismus drin ist? Ich glaube, Istanbul hat das nicht. Keine Ahnung. Wenn ja, dann würde es mit A anfangen, ne, für Auktion. Ja. Ja. Ja? Gut. So, aber jetzt, René, du hast das Wort. Geht mal in einem kohärenten Satz. Genau. Wir haben das Niveau erreicht, das wir brauchen, um jetzt mit der Sendung beginnen zu können. Aber vorher möchten wir noch ein paar Sachen mal kurz ansprechen noch. Und zwar einerseits haben wir ja zum Jahresbeginn unseren Discord, also den Beeple-Discord eröffnet, wo wir als Bretaways ja auch vertreten sind. Da haben sich mittlerweile schon ein Großteil der alten Slack-Community versammelt. Ich weiß gar nicht, ob da auch neue hinzugekommen sind oder mehr oder weniger. Über die Anzahl der User habe ich keinen Überblick. Ich gucke gerade. Aber es sind auch schon ... Über den Daumen gute 200. Das entspricht ungefähr der Anzahl in Slack auch, oder? Nee, da waren wir 400. Ich weiß aber nicht, wie viel da inaktiv ... Also bei Slack wurdest du halt irgendwann inaktiv. Also, keine Ahnung. Aber gefühlt ist zumindest gerade aktuell einiges los da im Discord. Es gibt viele neue Channels, es wird über vieles geredet. Wer da Lust zu hat, gerne reinkommen. Link gab es noch im alten Slack. Wer da noch verweilen sollte, kann sich das da holen. Ja, der steht auch hier in den Shownotes und in den Kapitelmarken steht der. Also, ich sehe immer zu, dass der irgendwie als URL hier mit reinkommt. Genau, einfach draufklicken auf den Einladungslink und dann ... Ist jetzt auch der Richtige. Warum war es letztendlich der Falsche? Ja, es gab da irgendwie ... Ich hatte mal irgendwann einen gepostet, der lief dann irgendwann ab. Und jetzt haben wir so einen dauerhaften Einladungslink. Gut. Da wird einem auf jeden Fall auch geholfen, wenn einem der Discord etwas unangenehm erscheint. Oder es gibt Hilfe. Es gibt einen extra-Hilfe-Kanal. Alles Mögliche. Also, da sollte sich jeder zurechtfinden. Und wenn nicht, dann helfen wir demjenigen da gerne dabei. Sogar Sonja ist bei uns. Ist dort auch wieder jetzt gelandet. Ja. Ja. Sehr gut, Sonja. Denn der offizielle Bibel-Slack wird dann auch zum 31.1. dann komplett abgeschaltet. Sprichern wird da keine Kommunikation mehr. Das kann wahrscheinlich nur ich machen, was? Hast du gerade 31.12. gesagt? Ja, ich meinte 31.1. Okay. Ich war ein bisschen verwirrt. Wenn ich das gesagt habe, ich meinte den 1. Kein Problem. Januar. Gut. Ansonsten, wenn ihr uns in irgendeiner Art und Weise unterstützen wollt, könnt ihr das gerne per iTunes machen. Ihr könnt uns da eine Bewertung dalassen, ein paar Sterne dalassen oder ihr bewertet unsere Folgen auf Twitter. Bewerbt und retweetet uns mal auf Twitter, Facebook, Instagram. Wo sind wir noch aktiv? Ich glaube, das war es. Ist ja noch schon wieder vorbei. Habe ich irgendwas verpasst? Nein, wir machen das jetzt mal am Anfang und am Ende. Überhaupt. Um mehr Hörer anzulocken. Also nachdem wir schon 20 Minuten reden, würde ich das nicht mehr als Anfang gelten lassen wollen. Ja, so macht man das heutzutage. Ach so. Genau. Sonja. Und ich wollte noch Sonja fragen. Hat das geklappt mit den Podcast-Dingen? Genau. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Ne, noch habe ich ja die Sachen, die auf meinem USB-Stick sind, die muss ich ja auch erst am Ende hören. Keine Sorge, wenn Sonja dafür länger braucht. Ich weiß, sie wird es angehen. Sie erinnert sich an solche Sachen. Das habe ich gelernt. Aber du kannst dir auch einfach nochmal runterladen, dann haben wir gleich mal unsere Hörerzahlen verdoppelt. Gut. Haben wir eine Frage der Woche eigentlich? Nö. Gut. Dann lassen wir die auch ausfallen und springen dann jetzt endlich, bevor der Matthias noch platzt vor Aufregung, ins Hauptthema. Ja, du stachelst uns hier an, wir müssen weitermachen. Nein, ich will doch nur gucken, dass wir eine stringente Linie durch diese Sendung kriegen, bevor ich wieder rede. Deswegen darf jetzt auch einfach mal die Sonja gleich anfangen und stellt uns ihr erstes Spiel vor, das mit einem A beginnt. Vielleicht sollten wir, Entschuldigung, vielleicht sollten wir nochmal sagen, wie wir das gemacht haben. Wie wir auf diese Liste gekommen sind. Ja, wie bist du denn drauf gekommen? Also, ich? Ja? Ich habe mir einfach meine BG-Stats abgenommen, wo ich auch irgendwie Teile meiner Collection irgendwie auch drin habe. Habe die einfach alphabetisch dortiert und habe gedacht, ach, guck mal, da sind schon mal vier gute Spiele bei A dabei. Job, well done. Arne hat also den einfachen Weg gewählt. Ja. Ich habe es ganz ähnlich gemacht. Danke. Wir sind halt einfach gestrickt. Die Niedersachsen sind einfach gestrickt hier. Unsere eigene Spiele-Liste durchgesucht und dann ein paar rausgewählt, mir noch ein paar Gedanken zugemacht. Einer ist spontan noch rausgeflogen und am Ende sind drei übergeblieben. Ich will nichts sagen, aber ich habe es mir noch leichter gemacht. Ich habe mir einfach meine Liste von meiner Top 100 genommen und alle geguckt, wie die mit A anfangen und dann auf drei runtergekürzt. Von sechs auf zwei. Sehr schön. Drei. Aber ich muss natürlich sagen, ich war auch so langweilig wie Arne und Sonja. Ich habe auch einfach die Liste der Spiele angeguckt und so gesagt, oh, die fangen mit A an. Die sind gut. Welche drei bleiben übrig? Ja, und mich aber diesmal. Ja, ich hatte jetzt gedacht, jetzt kommt irgendwas herausragendes, weil du noch extra darauf ansprachst, wie haben wir das gemacht. Ja, das haben wir aber schon öfter gesagt. Wir haben ja schon öfter gesagt, wie wir das ein Schwein dabei geopfert oder so. Die gesamte Datenbasis bei BGG runtergeladen durch einen SQL-Filter geschubst. Das Problem ist, ich gucke mir gerade alles an, was ich habe, was mit A anfängt. Und ich bin jetzt hier schon irgendwie auf der dritten Seite bei BGG. Das sind einfach zu viele. Okay, das ist jetzt die vierte Seite. Ich bin schon bei A an. Ach, das ist aber Matthias Problem dann. Ja, dann hast du wohl zu viele Spiele. Memo an mich bei Gelegenheiten, Umzugswagen mit Spielen zu Sonja schicken. Sonja hat noch Platz. Nein. Noch hat sie Platz. Ich muss schon Wohnzimmerschränke ausräumen und Platz für Spiele machen. Irgendwann werden die gespielten Exits doch verschwinden. Irgendwann, aber jetzt noch nicht. So, jetzt können wir starten. Jetzt bin ich glücklich. Ich starte mit einem Titel von Uwe Rosenberg, der mit A begegnet. Ach, verdammt, Mann. Das gibt mehrere, Arne. Es gibt mehrere. Ja, ich kann mir schon denken, welche das ist. Es kommen bestimmt Schafe vor. Es kommen Schafe vor, ganz genau. Das tut sie in jedem von ihm. Kaffee einherrnig mit Zehren. Und ich habe mich bei der durchaus vorhandenen Auswahl beim Buchstaben A für Arle Erde entschieden. Oh, du hast mir noch was anderes hingeschrieben. Das wäre, also, wenn das keiner auf unserer Liste gehabt hätte, dann wäre wahrscheinlich Nico uns auch in den Hals gesprungen. Er hat gesagt, ihr seid alle nur Chris und Krimi-Master-Unterstützer oder so. Ja, aber das ist super. Arle Erde ist eine super Wahl. Aber du darfst doch gerne ausführen. Ja. Genau, bei mir liegt es einfach daran, ich bin ja erst recht spät zu diesem Hobby gekommen und es so exzessiv auszuführen. Und habe natürlich Agricola gespielt und finde es auch super. Aber mich verbindet doch mehr mit Arle Erde. Das ist ein Zwei-Personen-Spiel, wo es darum geht, seinen eigenen Hof zu führen. Es kommt eine Menge drin vor. Man kann auch natürlich Schafe vermehren. Aber es geht auch so ein bisschen um Deichbaus. Es ist ein großer Aktionsplan mit vielen, vielen Aktionen, aus dem man nur wenige auswählen kann. Jedes Jahr wird in zwei Hälften gespielt. Und es macht einfach mir sehr viel Spaß und es ist eine schöne Denkarbeit. Und deswegen ist es eins der Spiele, was ich bei der Liste für A nennen wollte. Ähm. Super Wahl. Habe ich immer noch nicht gespielt. Macht mich, ich schwänze da jetzt schon, wenn ich mal in der Spieleburg bin, dann liegt das so bei denen im obersten Fach. Und ich denke mir jedes Mal, ach so, das sieht so nett aus. Also ich habe das halt Kerstin auch schon öfter mal gezeigt. So, ah, ja, guck mal hier. Das ist auch so genau irgendwie, wäre ihr Gebäudeschema. Aber dann sehe ich immer diesen Auktionsplan oder wo man da sein, oder Aktion, Entschuldigung, Aktionenplan mit den 12 Millionen Feldern. Und ich denke mir so, hui, also das ist ja auch so ein Spiel, als das rausgekommen ist, wann war denn das? 2014 oder so? 2014. Wo es auch so eine kleine Diskussion irgendwie über das Spiel gab, so ein Zwei-Personen-Spiel und das kostet, weiß nicht, 50 Euro oder was. Ja, aber es ist halt auch jede Menge drin. Also du hast eine große Menge an Material, hochwertigem Material. Aber das war eine Diskussion, weil die Leute an Zwei-Personen-Spielen immer an die kleinen Kosmos-Schachteln gedacht haben. Genau, also da weiß ich noch, das ist da wirklich eine riesengroße Diskussion, dass man jetzt ein Zwei-Personen-Spiel herausbringt, was irgendwie so teuer ist. Also eine große Schachtel und viel drinne und das gab's so, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich gab's da schon irgendwie im Wargame-Sektor und was weiß ich, aber so in diesem, wie nenne ich das jetzt, also in diesem Euro-Sektor waren so Zwei-Personen-Spiele, die dann wirklich so groß waren und mit so viel Material und dem Preis dann aufruften, aufriefen. Oh Gott. Selten. Und was ich noch sagen wollte, weswegen es wahrscheinlich bei mir auch so im Gedächtnis geblieben ist, hat Feuerland-Spiele ja vor ein paar Jahren die Aktion gestartet mit dem Reiseziel. Und zwar gibt es in dem Spiel so ein paar Orte, die man bereisen kann und da hat sich der Verlag einfach gedacht, wir könnten doch ganz viele weitere dieser Plättchen rausbringen zu ganz vielen Orten, in denen Spieleläden unsere Spiele vertreiben. Und das habe ich zumindest vor Corona, als man noch ein bisschen unterwegs war im Land und noch ein paar Ausflüge machen konnte, als Ziel genommen, immer wenn ich auch wohin gefahren bin, zu schauen, ah, gibt's denn da irgendwo die Möglichkeit, einen kleinen Abstecher zu machen, einen Spieleladen kennenzulernen und da eben ein solches Allerde-Plättchen mitzunehmen. Und das habe ich hin und wieder getan und werde ich auch wieder tun, wenn dann irgendwann alles wieder ein bisschen zur Normalität zurückgekommen ist. Wie viel gibt es denn da? 50 Cent. Ich weiß nicht, wie viele, aber jede Menge. Okay. Also die Mäusels sind tatsächlich durch ganz Deutschland und Österreich getutelt und haben alle eingesammelt. Live persönlich vor Ort. Also die Mäusels sind damit bekannt geworden, dass sie genau diejenigen sind, die wirklich jedes einzelne von diesen Plättchen persönlich in einem Laden sich geholt haben. Ja, wenn man sonst nichts zu tun hat, kann man das auch gerne machen. Darüber könnte man jetzt streiten. Aber ich finde das tatsächlich, das ist eine Form, wo auch Anerkennung für das Spiel und das ist eine Aktion gewesen, wo ich ganz ehrlich sagen muss, Hut ab, das ist super gewesen von Feuerland, weil es auch ein Support für die Läden ist auf eine relativ einfache Weise. Und ich finde, gerade die Läden verdienen unseren Support gerade. Ja. Ja, also ich würde ja auch gar nicht in, also ich finde ja diese Aktion auch super, aber ich dachte, das wären irgendwie so zwölf Plättchen oder sowas, die da gemacht worden sind. Nee, nee, es kamen immer noch welche wieder dazu und das ist eine ganze Menge. Muss ich das denn jetzt noch spielen? Ja. Ich würde sie empfehlen. Ja, das ist auch nicht zu kompliziert, Arna, das schaffst du. Ja, aber dieses Aktionsbrett erschlägt mich irgendwie schon so ein bisschen. Nein. Es ist kein Fest für Odin, du hast nicht 70 Aktionen. Das sieht ja genauso aus. Das sind, Sonja, sag mir, wenn ich mich täusche, das sind irgendwie zehn auf der einen Seite, zehn auf der anderen Seite und du kannst ja je nach Jahreszeit immer nur die eine Hälfte benutzen. Genau. Spielt eigentlich ein Spieler denn die ganze Zeit auf den Kopf? Je nachdem, wie du das Brett hinstellst, eigentlich nicht, nee. Naja, ich sehe es gerade, es ist halt ausgerichtet und dann mal kurz quer in die Mitte legen. Das macht auch wahrscheinlich Sinn, weil dein eigenes Brett ist nämlich hochkant. Bräuchte mal einen großen Tisch für, ne? Ich habe gehört, Arne, du hast inzwischen einen großen Tisch, sogar einen, den man ausziehen kann. Hier wird sich gern ausgezogen, hier bei uns. Zumindest, wenn man einen Tisch ist. Oh Gott. Ja, es ist traurig, Arne. Du hättest ruhig bei deinem kleinen Tisch bleiben können, damit wir dich damit aufziehen können. Aber nein, du musstest dir unbedingt einen großen Ding. Der Tisch ist aber auch noch da. Der kleine? Ja, nee, vergiss das. Ich habe zwei von den großen, das ist schon besser. Oder er ist beim Sperrmögel. Nee, ich glaube, der ist noch da. Egal. Wir sind wieder raus aus dem Tisch-Podcast. Wir sind jetzt wieder beim Spielen und ich finde alle Erde super. Genau, eine Sache möchte ich, glaube ich, noch anmerken und zwar, was ich halt auch super finde, und zwar könnte man, wenn man sich den Plan anschaut, erstmal denken, das ist bestimmt ziemlich abstrakt. Es ist aber wirklich wunderschön thematisch umgesetzt. Dafür gibt es sogar ein 36-seitiges Begleitheft, in dem man sich durchlesen kann, was denn die Aktionen und Gebäude, die man da nutzt und verbaut, denn eigentlich für Bewandtnisse haben. Und das finde ich sehr bemerkenswert und finde ich wertet das Spiel auch nochmal so ein bisschen auf. Das können ruhig viel mehr Verlage machen. Das kriegt man auch noch so ohne weiteres, ja? Ja. Deutsch ist ein Dauerbrenner bei Feuerland. Ja, ja, ich meine, das ist jetzt 2014, das sind jetzt auch schon irgendwie ein paar Jährchen alte. So manche Spiele sind ja auch schon wieder verschwunden. Fragen wir mal andersrum, ja, René? Beim großen Versandhandel kriegst du es noch als gratis eine Tageslieferung. Ich dachte, gratis. Ja, gratis bekommst du es da auch. Bei gratis hat mein Gehirn schon ausgescheitert. Sonja, hast du die Erweiterung schon gespielt? Ich habe sie hier aber noch nicht gespielt, muss ich gestehen. Also ich habe ja auch gesagt, ich müsste es zwei-, dreimal spielen und dann die Erweiterung dazunehmen. Inzwischen habe ich die Erweiterung einmal gespielt, ich sehe mich nicht mehr ohne spielen. So als Hinweis. Okay. Das möchte man auch gerne hören. Ja. Also in der Theorie kannst du es dann mit der Erweiterung sogar zu dritt spielen, aber du brauchst es nicht zu dritt zu spielen, um die Erweiterung zu nutzen. Das kannst du weiterhin alleine oder zu zweit spielen und das ist echt gut. So, jetzt darf Arne. Jetzt darf ich, naja, bevor mir jemand anderes das Spiel wegnimmt, ich stelle ein Spiel von Uwe Rosenberg vor. Sind Schafe drin? Es sind auch Schafe drin. Ja, ich dachte schon, Sonja nimmt jetzt Agricola, aber da habe ich falsch gelegen. Deswegen nehme ich das jetzt, bevor es Matthias es mir wegnimmt. Und Agricola ist ja, wie war das, Uwe Rosenbergs erstes großes Spiel gewesen, nach dem ganzen Bonanza-Fame. Also er hatte auch andere, Anführungszeichen, große Anführungszeichen-Spiele. Es war sein erstes definitives Heavy-Game, ja. Aber das war ja das Heavy-Game, wo alle eigentlich so, hatten wir nicht mal ein Interview? Du hattest ein Interview gemacht, wo er so ein bisschen Gegenwind bekommen hatte, weil er war ja so ein bisschen verortet in dieser, ja, Bonanza-kleine-Spiele-Ecke. Ja, also neben Bonanza hatte er ganz viele kleine Kartenspiele, unter anderem zum Beispiel Mamma Mia. Genau, Mamma Mia. Er hatte tatsächlich da was aufgeräumt und die macht er aber immer noch gerne. Ja, aber jetzt Agricola war jetzt, oh, das habe ich mir, das habe ich mir, glaube ich, noch in Hannover gekauft. Also das muss schon 2010 oder sowas gewesen sein. Da habe ich es mir, glaube ich, dort besorgt sogar. Ich glaube, im stationären Handel, wenn ich mich nicht irre. Ja, Agricola, ich glaube, darüber muss ich jetzt nicht so viel erzählen, wie das Spiel funktioniert. Ich habe nicht mehr die große Version hier zu Hause, denn es gab ja irgendwann nochmal so eine Familienversion, heißt hier, die ja einfach diese ganze Karten, das Kartenmanagement ist es ja nicht, aber du kriegst ja am Anfang, wenn du es in Anführungszeichen richtig spielst, was ich ja noch nie, was ich, doch, ich habe es mal getan, aber das hat er mir dann nicht so zugesagt, sondern ich spiele ja dann immer die Familienversion, die man ja auch mit dem Großen spielen kann, indem man einfach diese Karten weglässt, diese großen Errungenschaften, Ausbildungen und große Errungenschaften, oder Matthias? Anschaffung, große Anschaffung und Ausbildung. Und die Ausbildung fallen nämlich weg mit der Familienversion. Ja, aber genau, das fällt dann irgendwie weg, aber in der Familienversion ist das halt ein bisschen gestreamlined und ein bisschen einfacher. Du baust deine Felder irgendwie für die Tiere, das sind ja Plättchen und nicht mehr irgendwie musst du zäunen. Das ist ein bisschen anders, aber da finde ich die Aufmachung ein bisschen schöner. Ich weiß gerade gar nicht, wo es steht. Ich glaube, im Wohnzimmer. Und das sagte mir irgendwie mehr zu. Cool finde ich halt bei Agricola ist so dieses, dass du jede Runde ja irgendwie so eine Aktion neu dazukriegst. Und das Spiel entwickelt sich dadurch. Also du kannst am Anfang irgendwie weniger machen und dann kannst du mehr Männchen kriegen oder mehr Arbeiter. Und dass sich das so auf, das Spiel geht so auf. Versteht ihr, was ich meine? Es öffnet sich. Es öffnet sich in den Möglichkeiten. Und es wird dann halt ja nicht komplexer, weil du es halt auch wirklich, wenn du es mit neun Spielern spielst, erzählst du halt am Anfang erst mal die Hälfte von den Aktionen. Die anderen sind ja da noch zugedeckt. Und dann, hey, zweite Runde oder ich weiß nicht, oder kommt eine neue Karte, dann erklärst du die neue Karte. Und dann kann sich das so nach und nach entwickeln. Das finde ich immer, finde ich bei Agricola richtig cool. Und es ist halt, ja. Ich will ganz kurz, wenn ich mal an Agricola höre, muss ich immer an ein Video denken. Ich weiß es schon. Ich glaube, ich weiß es. Es gab damals einen sehr bekannten YouTube-Kanal. Es gab ja damals noch nicht so viele YouTube-Kanäle. Und zwar Board Games with Scott. Mit Scott Nicholson. Und er hat, jeder kennt ja wahrscheinlich noch die Werbung für Ricola. Wo da, ich hörte, Ricola. Und in diesem Video, der Anfang hier hat er, dass er in so ein Saxophon reintutet und sich dann selber daneben geschnitten hat und dann ruft, Agricola. Und das ist mir immer, das hat sich so eingebrannt irgendwie, weil er da auch irgendwie so mit so einem Schottenrock steht und sowas alles. Ja, das ist jetzt fast elf Jahre her, das Video. Ich habe es jetzt gerade mal rausgesucht und können wir in die Show-Notes schreiben. Aber das ist immer noch sehr, sehr sehenswert. Also das ist so die Hauptverbindung, die ich immer noch mit Agricola habe. Ja, der ist bei Facebook noch aktiv. Also naja, er macht keine Videos mehr. Aber was schade. Bin mir sicher, ein paar Leute haben mit Agricola eine ganz andere Verbindung. Nämlich, dass sie, es gibt ja Leute, die betonen das Wort falsch. Die sagen nicht Agricola, sondern Agricola. Und das hat ja dann Lookout selber mal auf Korn genommen und hat tatsächlich eine Agricola auf ihrer Messe verkauft. Also es war tatsächlich eine Cola-Flasche. Wie hat sie im Schrank stehen? Was, die im Schrank? Natürlich. Ja, blöde Frage. Direkt neben der Isle of Sprite. Wann wird die getrunken? Gar nicht. Ei, ei, ei. Aber Arne hat wieder dumme Ideen trinken. Ja, unglaublich. Aber tatsächlich, die korrekte Sprache ist natürlich nicht Agricola, sondern Agricola. Ja. Ich hatte den einen Tag auch so den Gedanken so, vielleicht doch mal noch mal mit den Kartenspielen. Da habe ich sogar so, ach, es gibt so viele neue Spiele gerade. Und dann gibt es ja auch mit diesen Karten, das ist ja irgendwie der helle Wahnsinn. Matthias, wie viele Decks gibt es da mittlerweile? Ich glaube, so viel wie Kärtchen für Aller Erde oder sowas. Ähm, jein. Also es ist tatsächlich so, sie haben ja damals relativ viele verschiedene Promos gemacht. Also das Österreich-Deck, das Tschechien-Deck, das X-Deck, das Z-Deck. Das waren immer so kleine 30-Karten-Decks. Dann hatten sie irgendwie mal größere Schachten gemacht mit Belgien, äh, mit Niederlande. Dann hatten sie eine WM-Deck und so weiter. Und dann kam ja der Re-Release. Die hatten ja dann irgendwie gesagt, okay, wir machen das mal alles komplett neu. Wir gehen da nochmal von vorne ran. Und seitdem gibt es neben dem Grundspiel und den Moorbauern gibt es genau vier Erweiterungen. Die sind auch alphabetisch durchgegangen. Also das Artifex-Deck, das Bubuklus-Deck, das, äh, Korbodus-Deck. Das ist jetzt gerade, das D-Deck kommt jetzt gerade. Die gehen das alphabetisch durch und haben jedes Jahr dann, äh, diese Karten. Also wenn du die alten alle ignorierst und auch die Promos, dann sind das neben dem Grundspiel, den Moorbauern, sind es genau diese vier Erweiterungen. Und die paar Promokarten, die bei den Biscuits-Figuren beiliegen. Biscuits hatte dann für die Spielerfiguren, statt diese Scheiben hast du dann so richtig bemalte Plastikfiguren gehabt. Und da lagen auch nochmal ein paar Promokarten bei. Aber das war es dann auch schon. Mehr neue Karten gibt es da nicht. Ähm, aber alle warten natürlich trotzdem noch auf die, inzwischen zehn Jahre, ist schon vorbei. Vielleicht gibst du in 15 Jahren dann die große XXL-Box, wo alles in der Grundbox schon mit drin ist. Also auch Moorbauern und alle Erweiterungen und alles, alles, alles. Ähm, mal gucken, ob sie das tatsächlich machen. Das würden dann über tausend Karten werden. Oh Gott. Ich bin neugierig. Ähm, aber glaubt ihr, dass das Spiel, ähm, gut gealtert ist? Weil es gab ja immer so diese Kritik von wegen, ja, dieses, die Leute ernähren. Das ist manchmal ein ganz schöner Kampf oder Krampf, dass das, dass das ganz schön, ähm, ja, so ein negatives Gefühl irgendwie auslösen kann. Würde man das heutzutage vielleicht wegstreichen? Arne. Ja. Wir reden von einem Verlag, der jedes Jahr ne Erweiterung rausbringt. Und es lohnt sich jedes Jahr ne Erweiterung rauszubringen, weil die sich natürlich auch verkauft. Und wahrscheinlich ein ausreichender Stück zahlen und wahrscheinlich drucken sie die alten sogar noch nach. Glaubst du wirklich, dass das Spiel daran jetzt sich nicht mehr verkaufen wird? Ja, weil das natürlich auch einen gewissen Ruf hat. Aber so, wenn du jetzt ne Second Edition davon rausbringen würdest, ist Kaverna jetzt zur Seite geschoben. Aber sie haben doch vor ein paar Jahren diese Second Edition rausgebracht. Mehr ist es doch nicht, als sie ein kleines Reset gemacht haben und gesagt haben, wir verkaufen jetzt getrennt eine Familienversion und auf die schreiben wir Kenner-Version und dann fangen wir mit den Erweiterungen, machen wir nochmal alles brav neu, die Grafiken überarbeiten, jetzt kommt das A-Deck, das B-Deck, das C-Deck. Das ist schon die zweite Edition. Das ist schon ein Neurelease. Das kann aber halt sehr bestrafend sein. Ja. Aber möchtest du denn nur so viel Gottspiele haben? Naja, das Thema ist ja viel Gut-Thema eigentlich, aber... Naja, das ist mir so ein Gedanke, den man halt mal vielleicht andiskutieren könnte. Ich glaube nicht, dass das so schlimm jetzt ist. Ja, aber es wurde sie, es wird gerne mal irgendwie so ein bisschen die Nase gerümpft, so, jetzt muss ich meine Leute wieder ernähren, das ist ja wieder typisch Uwe Rosenberg, so, das nervt. Die gibt es und die wird es auch immer geben, aber es gibt auch Leute, die sagen, jetzt hast du den Räuber gelegt, Katan ist irgendwie schon überholt und so und trotzdem verkaufen sie davon deutlich mehr als von vielen anderen Neuheiten und vertrau mir, das wird auch so bleiben. Ja, aber nur weil sich ein Spiel verkauft, heißt es ja nicht, dass es gut ist. Dieses Argument kann ich nicht widerlegen, aber ich würde behaupten wollen, also allein schon, weil Monopoly beweist, dass es sich ohne Ende verkauft und es ist kein gutes Spiel in meinen Augen. Ähm, es ändert nichts daran, dass Agricola in meinen Augen immer noch ein sehr gutes Spiel ist. Okay. Ja, in meinen Augen auch, sonst hätte ich es ja nicht genannt. Das wäre ja meine nächste Begründung, Arne, sonst hätte ich dich nicht gefragt, warum du es auf deine Liste stellst. Ja, nein, nein. Ja, 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 ja. Du musst nicht immer nur die schlechten Sachen bei dir suchen, lieber bei den anderen, das ist einfacher. Ja, der Arne hat nur versucht, ein bisschen, ein bisschen so sein YouTube durchhängen zu lassen. Ja, wir müssen wieder mal einen kontroversen Punkt andiskutieren, mein Gott. So, komm Arne, dann stelle ich jetzt mal ein Spiel vor, da kannst du wieder gucken, was da ja nicht passt. Und zwar habe ich jetzt mir, in Anführungszeichen, ein bisschen geschummelt. Und zwar habe ich mich für eine Reihe entschieden. Und zwar für die Adventure Games. von Cosmos. Und zwar da jetzt kein Spezifisches, sondern die komplette Reihe. Finde ich einfach sehr, sehr gut. Ich finde, es ist immer noch eine, oder mit einer der besten Umsetzungen des von mir geliebten Point-and-Click-Adventures. Und ich freue mich da immer noch, oder die bringen eigentlich viel zu wenig neue Fälle raus, über die man sich freuen kann. Also da könnte, die könnten die Schlagzahl erhöhen für mich. Ich mache das immer noch unheimlich gerne, dieses Erforschen der Story. Die App-Umsetzung ist toll, selbst für die Lesefaulen, die jetzt nicht mehr lesen müssen, was schön alles vorgetragen kriegen, ist das hervorragend. Ja, und ist jetzt auch gerade für die Quarantäne-Zeit oder für die Corona-Zeit hier, für die Selbstisolation hervorragend, um das zu zweit oder im Zweifelsfall sogar alleine spielen zu können. Da kann ich die nur beipflichten. Kann ich auch nur beipflichten. So, Arne. Aber, ich möchte dazu erwähnen, ich würde die Schlagzahl nicht erhöhen, weil dadurch habe ich Angst, dass dann eher Flüchtigkeitsfehler kommen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe festgestellt, dass sowas nur alle halbe Jahre oder einmal im Jahr zu spielen, reicht mir völlig, um es dann zu genießen. Und vor allem, dann haben sie auch die Möglichkeiten, saubere Texte zu schreiben und das alles auch wunderbar einsprechen zu lassen. Ja, gebe ich dir hundertprozentig recht, trotzdem könnten sie es mehr machen. Da müssen sie halt mehr Leute und mehr Texte schreiben. Aber ich weiß, was du meinst und ja, sie sollten es lieber ordentlich machen, als jetzt sagen, wir hauen das Zeug jetzt hier am laufenden Band raus und dann sinkt die Qualität und dann macht es auch keinen Spaß mehr. Das ist schon richtig. Ähm, ich habe, welches ist es denn? Moment. Ich habe hier eins mal einen Durchgang gespielt. Das Verlies habe ich hier. Groben liegen, da habe ich mal so ein bisschen, also ich habe das, wie gesagt, einen Durchgang haben wir dort gespielt. Dann war er irgendwie zu Ende. Aber, äh, weiß ich nicht irgendwie über Spoiler oder sowas. Aber es geht wirklich schon so in diese Point-and-Click-Richtung, ne? Also es ist schon, ja, schon echt, ich habe es echt cool rübergebracht. Also, da habe ich zu wenig gespielt, um da jetzt irgendwie rummeckern zu können. Das war so. Dabei hätte ich mal keine Befürchtung. Nee, ich denke einfach, das Konzept, das haben wir schon öfters gesagt, das Konzept ermöglicht einfach unheimlich viel. Ich freue mich jedes Mal, wenn irgendwas anders gemacht wird, was neu gemacht wird, was in den vorherigen Umsetzungen nicht so war. Und, ja, da freue ich mich, äh, auf jeden Fall, dass es da erstmal weitergeht. Aber ist das alles so immer das ähnliche System oder, ähm, egal, gibt es ja auch so eine kleine Entwicklung vom irgendwie Monochrom-AG, war glaube ich die erste, ne? Zu, ähm, jetzt weiß ich nicht, was war das jetzt? Der Grund schon, ne? Aber, aber zum Beispiel, ähm, beim Verlies, äh, hast du Lebenspunkte. Mhm. Ne? Wie so ein bisschen so ein Fantasy-Rollenspiel. Hast du halt bei der Monochrom-AG nicht. Aber da wurde ja bei, da wurde, glaube ich, am Anfang auch so ein bisschen bemängelt, so dieses Items hin- und hertauschen, das wurde dann auch so ein bisschen gehausregelt wohl bei vielen Spielern. Ja. Dass man nicht unbedingt immer am gleichen Platz stehen muss, sondern, dass man ein bisschen freier gestalten konnte. Ja, bei Porn and Click Adventures musst du mit deinen Leuten auch am selben Ort stehen. Und da gibt es meistens aber auch nur einen Ort. Äh, eine Person. Nein. Day of the Tentacle hat drei. Nein, hallo. Maniac Mansion. Hast du, hast du, hast du nie Maniac Mansion gespielt? Das ist ja erschreckend. Ich bin, äh, den. Ja, ja, ja. Day of the Tentacle ist doch, nee, 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 das ist. Das ist der zweite Teil. Ja, den ersten habe ich nicht gespielt, da konnte man sterben, ne, im ersten. Ja, da musstest du mit mehreren Personen reingehen und dann musstest du zwischen den Personen wechseln. Ich bin, also. Ich bin eher Baphometsfluch. Bei Day of the Tentacle hast du ja auch verschiedene Zeiten noch sogar. Ja, das habe ich gespielt. Das habe ich, nee, das habe ich, das habe ich gespielt. Aber ich, wie gesagt, ich bin eher Baphometsfluchmensch gewesen. Aber du hast doch auch stellenweise zwei. Musst du auch mit Mann und Frau spielen. Ja, das ist jetzt eine Diskussion, die wir jetzt, glaube ich, nicht zu führen müssen. Aber hast du die denn, hast du die alle einfach gespielt? Weil der Verlag hat sich ja anfangs so positioniert, die sind mehrfach spielbar, weil es verschiedene Wege gibt. Hätte dich, oder reizt dich das, das mehrfach zu erleben und vielleicht einen anderen Weg zu gehen? Nee, tatsächlich reizt mich das nicht. Ich finde es als One-Shot aber auch vollkommen ausreichend. Ich glaube, die Geschichte, oder sagen wir mal so, da ich genug Spiele mit einer großen Geschichte habe, habe ich die Zeit einfach nicht dafür, die sagen, okay, ich spiele es nochmal, nur um jetzt alle Wege rauszufinden und zu gucken, ob ich noch irgendwas übersehen habe. Das, was man früher bei diesem Point-and-Click-Adventer vielleicht nochmal auch gemacht hat, man spielt es nochmal, um wirklich jedes Ding abgegrast zu haben, um jeden Dialog mitbekommen zu haben. Da fehlt mir tatsächlich dann einfach auch die Zeit zu. Ja, kann ich verstehen. Trotz Corona. Also wir spielen es auch einmal durch und das ist dann aber auch gut gewesen. Ja, ich bin dann damit zufrieden. Gut, das waren die Adventure-Games von Cosmos und jetzt darf der Matthias sein erstes Spiel vorstellen. Ich darf mein erstes Spiel vorstellen. Ich war ja kurz davor, auch Agricola zu sagen, aber ich meine, die Hörer sagen zwar, sie wollen das, wir dürfen ruhig Überschneidungen haben, aber tatsächlich habe ich auch zwischen zwei Spielen gewankt und deswegen nutze ich diese Gelegenheit, um einfach mal auf das andere Spiel umzubiegen. Und ich nenne so ein kleines, schönes, lustiges Spiel namens Abluchsen. Ein, wie ich finde, völlig verkannter Titel, der das Problem hat, dass er auf der einen Seite intern nicht dieselbe Anerkennung bekommen hat vom Rest des Firma, wie die Redaktion der Meinung ist, dass es verdient hätte und auch extern, wo ich mir denke, das kann nicht wahr sein, dass dieses Spiel nicht noch mehr höhere Auszeichnung gehalten hat. Es ist ein so einfaches Spiel mit einem Satz Karten. Wenn man dran ist, legt man einfach eine beliebige Menge der gleichen Zahl aus und wenn andere Leute gleich viele Karten mit einer niedrigeren Zahl hat, dann kann man sagen, entweder, hey, nimm sie wieder auf die Hand oder ich klau sie dir. Und dann kann der andere, wenn man sie nicht klaut, kann der andere natürlich auch sagen, okay, ich schmeiß sie lieber weg. Aber er kriegt dafür auf jeden Fall neue Karten auf die Hand. Und da man seine Handkarten loswerden will, ist das immer ganz, ganz fies. Und es ist vielleicht für manche dann zu viel Take-Z, aber ich find das grandios. Und es gibt auch eine Zwei-Spieler-Variante und die ist auch richtig gut. Die kann ich empfehlen. Und ansonsten, wir reden hier von einem kleinen 10-Euro-Spiel. Wer das nicht hat, das wurde eine ganze Weile lang zusammen mit Phase 10 verkauft, fragt im Motto, hey, dann kaufen die ganzen Leute ihr Phase 10, dann haben sie gleich noch ein gutes Spiel dabei. Nicht, dass Phase 10 ein schlechtes Spiel ist, das wollte ich jetzt nicht so deutlich gesagt haben. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass viele Leute das wahrscheinlich leider nicht angefasst haben, obwohl sie es sollten und das ist echt gut. Puh, ich hab's irgendwann verkauft. Arne, du verkaufst alles hoch und ran. Nein. Ja, weiß nicht. Hat mich jetzt nicht so gereizt. So, ich muss da mal kurz den Arne abschießen. Der hat nämlich keine Ahnung von Spielen. Matthias, hier hat einer bei Boardgame-Gegner-Doctor-Who-Edition gemacht daraus. Uh. Geil. Schick dir mal den Link. Ja, mach das mal. Das würde ich mir ja glatt zusammenbasteln. Dann spielen's auch meine Kinder mit. Ja, keine Ahnung. Es gibt ein Bild davon. Ich weiß nicht, ob das denn da irgendwo steht oder so. Nice. Ach, ich hätte jetzt erwartet, dass da auf jeder Zahl dann einer der Direktoren ist, weil es gibt ja inzwischen drei, eigentlich gibt's sogar 15, aber die haben ja eher so die Bösewichter genommen. Ich verstehe. Ist das der James Bond als Bösewicht, der eine? Ja. Wie heißt er denn? Timothy Deuton. Timothy Deuton, ja. Das ist, also, den würde ich jetzt nicht als Bösewicht nehmen, aber er ist tatsächlich kein Freund des Doktors. Er ist sein, oh, kann man Chef sagen? Das ist so schwierig zu formulieren. Ich glaub, soweit bin ich nicht vorgedrungen in die Serie. Das, in der Charakter ist jetzt Ende, glaube ich, dritte oder vierte Staffel. Also, da wir schon in der zwölften sind, solltest du mal nachholen. Echt gut. Ja, man kann die ja nirgendwo gucken, das ist ja gerade das Problem. Also, die laufen im linealen Fernsehen und dann korrespondiert das nicht. Netflix hatte doch etliche Staffeln. Nee, Amazon hatte, glaube ich, ist im Moment alles raus wieder. Ah, oh, okay. Ja, nee, da kann ich sagen, da hab ich tatsächlich damals auch Geld in die Hand genommen. Die hab ich alle so zum Gucken. Und da ich sie alle mindestens zweimal komplett geguckt hatte, einmal, weil ich es einfach total begeistert durchgesuchtet habe. Und dann, weil meine Kinder das total begeistert mit mir durchgesuchtet haben. Also, das ... Ja, hat jetzt aber nichts mit Abluxen zu tun, ne? Nee, aber das bringt mich auf die Idee, ich möchte eigentlich total gerne ein Doctor Who Abluxen machen. Das wär so cool. Ja, dann viel Erfolg bei den Lizenzverhandlungen. Ja, nee, ich glaub, das wird nichts. Ja. Wird feuer. Aber was man zu Abluxen noch sagen könnte, es hat ja sogar den Fairplay à la carte Preis gewonnen 2014. Verdient, verdient. Genau. Sonja, hast du das denn gespielt, wenn wir schon bei 14 sind? Ja, hab ich. Ja. Und ich mag's, wie ich grad schon sagte. Ach so. Ich war mit Doctor Who anscheinend beschäftigt. Ja, das ist so. Anna, mich brauchst du nicht fragen. Ich frag dich doch gar nicht. Es ist kein Stichspiel. Nee, was ist das? Ich hab trotzdem nicht gespielt. Na, hast du auch nichts verpasst. Also, ich fand's sehr enttäuschend, dass die Jury es komplett ignoriert hatte. Die werden ihre Gründe gehabt haben. Ja, werden sie bestimmt. Wir reden hier von der Jury, die auch Skull King ignoriert hat, die King of Tokyo ignoriert hat, die Crazy Coconuts ignoriert hat, die noch mal ignoriert hat. Crazy Coconuts, was? Die ist nicht mein Spiel, ist nicht mein Spiel, aber ich weiß, dass es echt gut ist und dass es viele lieben. Aber ja, so ist das halt. Und sie hat auch einen Abluxen ignoriert. Gut, Sonja, welches Spiel sollten wir nicht ignorieren, dass mit A beginnt? Ich habe als Nächste von meiner Liste Aufbruch zum Roten Planeten. Aha, ja. Eigentlich ein Spiel, was vielleicht so gar nicht zu mir passt. Und zwar ist es im Steampunk, es hat so kleine Plastikminiaturen, das ist ja eigentlich alles gar nicht nach meinem Geschmack. Aber einer der beiden Autoren ist Bruno Catalla. Und zumindest zu der Zeit, als dieses Spiel erschienen ist, war das so eine Zeit, wo ich sagte, ja, da habe ich mir gerne alles von Bruno Catalla angeschaut. Und Aufbruch zum Roten Planeten macht mir auch tatsächlich einfach Spaß. Ursprünglich ist es 2005 erschienen, aber nicht auf Deutsch. Und dann gab es 2016 auf Deutsch eine Second Edition, wo sie nochmal ein bisschen das Aussehen abgeändert haben. Und das ist dann bei Fantasy Flight bzw. Heidelberger damals noch erschienen. Was machen wir da? Es geht zum Roten Planeten. Und zwar besteigen wir mit unseren kleinen Astronauten Raketen, um zu den Planeten zu gelangen und dort seltene Ressourcen zu sammeln. Und dafür haben wir so Charakterkarten durchnummeriert, wählen eine geheim, dann werden die in aufsteigender Reihenfolge abgehandelt und kann halt viel durcheinander bringen. Welche Rakete startet, welche Rakete zu welchem Teil des Planeten fliegt, das kann sich alles noch wechseln. Und das finde ich tatsächlich sehr spaßig. Und ich muss dazu sagen, dass ich war jetzt im Nachhinein erstaunt, dass 2016 auch das Jahr war, in dem Terraforming Mars erschienen ist. Weil auch der Mars war vor Terraforming Mars für mich so ein Thema, wo ich sagte, muss das sein? Was ich auch vor meiner ersten Partie Terraforming Mars tatsächlich dachte und mir dachte, müssen wir das jetzt spielen? Wie gesagt, viele gute Gründe für mich, das eigentlich gar nicht zu mögen, aber es funktioniert für mich einfach. Du kannst also das Thema über, also die Mechanik über das Thema stellen. Also Cthulhu on Mars ist auch irgendwann möglich bei dir. Na, nee, eher nicht. Harry Potter bekämpft Cthulhu on Mars. Nein, das wäre zu. Bruno Kartal. Ich habe das mal, achso, ja. Ich habe das mal gespielt. Neulich hatte mich der Chris, den kennt ihr ja auch hier, gefragt, ob wir das auch nochmal spielen könnten. Ich habe das aber nicht hier. Habe ich gedacht, auch besorgst es dir mal. Ja, bei diversen Plattformen muss man mittlerweile dreistellige Beträge hinlegen, um dieses Spiel zu erwerben. Ja, echt? Ja. Dreistellig? Ja. Dreistellig? Ja. Ich habe mich zu früh von meinem getrennt. Ja. Geht meins nicht her. Es ging hier einmal durch irgendeinen Karton bei dir durch. Ja, ja, weil das war tatsächlich so, dass hier niemandem das Spiel gefallen hatte. Was? Ja, also wahrscheinlich waren wir einfach das falsche Team dafür. Also es hat keiner gesagt, das ist ein schlechtes Scheißspiel oder so, sondern alle so, ja, fanden wir jetzt nicht so besonders. Aber ja, umso schöner, dass es dir gefällt. Ja, im Moment ist er da, vielleicht bringt ja Heidelbeer das nochmal raus. Wahrscheinlich nicht. Events Fantasy Flight ist, dann ist es ja wahrscheinlich auch bei Asmodee. Deren aktuelle Firmenpolitik sieht das wahrscheinlich nicht so vor. Ja, eher unwahrscheinlich. Aber ja, das ist halt, das ist halt, eigentlich ist es auch so ein, so ein, ich lege eine Karte und gucke mal, was passiert, weil manchmal hast du ja gar keine Kontrolle, was passiert tatsächlich. So, wo gehen meine Astronauten wirklich hin? Ja, aber das, finde ich, macht auch so ein bisschen einen Reiz aus. Ja. Es ist halt, es ist halt kein Strategieklopper, wo ich mir genau durchplanen kann, was hier alles passiert. Aber ich finde, solche Spiele muss es auch geben. Ich glaube, auch das ist der Grund, warum Matthias es nicht gefällt oder Matthias Spielegruppe. Dieses absolut unplanbar. Naja, ja. Ja, ich glaube, das Unplanbare, das ist schon so ein Teil, das dazugehört, ja. Und diese Neuauflagen, die Second Edition, die haben sie dann ab zwei Spielern spielbar gemacht, sage ich mal, aber zu zweit funktioniert es nicht. Nee. Also es ist für bis sechs Spielern, da brauchst du auch wirklich ein paar Leute für, damit das wirklich Spaß macht und gut funktioniert. Genau, und wenn du natürlich sechs Spieler hast, dann ist natürlich das Chaos absolut vorprogrammiert. Also du kannst da schon noch ein bisschen Einfluss haben, aber du brauchst auch ein bisschen Glück zu. Genau. Ich mochte das, als ich das mal gespielt habe. Ich glaube, es war in Göttingen oder so. Und Arne, welches Spiel mochtest du denn sonst noch was mit A angefangen? Ah, schreiben wir mal, ich sag mal so, ein Spiel mit fragwürdigem Grafikdesign. Oh ja, warte mal, es fängt mit, der zweite Buchstabe ist ein S. Ja, das zweite ist ein S. Und es hat ganz viele Karten. Du hast dich mal komplett davon getrennt, hast es verkauft und hast es dann komplett nochmal neu gekauft. Nicht komplett, aber ich hab mir nochmal zwei Sets gekauft, also zwei komplette Staffeln dann nochmal gekauft. Ich glaub, ich hab ab einem gewissen Punkt hab ich's nur noch auf meinem Handy gespielt, weil das deutlich einfacher war und ich dann einfacher hatte Mitspieler zu finden. Aber ja, sehr gute Wahl. Es hätte mich gewundert, wenn du es nicht erwähnt hast. Wir reden über das Spiel Ascension. Danke. Bitte. Ich wusste es noch nicht. Mir war es noch nicht bewusst. Ich hab die ganze Zeit noch überlegt. Achso, du hast echt noch überlegt? Genau, das Spiel Ascension, aber du kennst das? Das könnte schon wieder ein bisschen vor deiner Zeit gewesen sein. Ich hab mal von gehört, ich hab's definitiv nicht gespielt. Ascension war ja auch so die, ich glaub, ich hab das in der letzten Folge auch gesagt, so in der ersten Welle dieser Dominion-Klone. Das kam so zeitgleich mit Thunderstone auch raus. Das war mehr oder weniger eins von den ersten dreien. Also es gab Dominion und dann kam Thunderstone und Ascension mehr oder weniger zeitgleich. Genau, das hatte ich irgendwann mal bei YouTube gesehen, im amerikanischen YouTube oder bei der Berichterstattung und da sag ich so, ey, geil. Und dann kam irgendwann diese Nachricht raus, so Asmodee bringt das oder übersetzt das auf Deutsch. Ich hab mich gefreut wie ein Schneekönig und ja, Ascension ist jetzt leider, die bringen immer noch neue Sets raus. Es gibt immer noch neue Sets, ja, es gibt immer noch aktuelle Staffeln, aber Asmodee hat glaub ich nach der dritten Staffel, also bei denen heißt Staffel ist immer, das Konzept bei Ascension ist halt so, die bringen halt eine Grundbox raus und dann bringen sie zu dieser Grundbox eine Erweiterung. Die sind alle immer eigenständig spielbar, die Grundbox ist eigenständig spielbar mit vier Personen, die kleine Erweiterung ist auch eigenständig spielbar ohne irgendwas anderes zu zweit. Funktioniert auch. Du kannst die aber auch zusammenmischen. Dann gibt es Staffel 2. Staffel 2 beginnt wieder mit einer Grundbox und einer Erweiterung. Das Entscheidende ist, bei jeder Staffel kommen neue Regeln dazu, die in den vorherigen Staffeln nicht gab, aber die neuen Regeln aus den vorherigen Staffeln werden nicht wiederholt. Das heißt, es ist immer in sich abgeschlossen von den Regeln. Du kannst aber auch alles zusammenmischen, das ist auch ohne Probleme möglich. Ja, okay. Am Anfang gab es noch ein paar Probleme, weil es ist halt ein Deckbauspiel, das hatten wir ja jetzt schon gesagt, aber diese Kartenstapel werden irgendwann sehr dick. Also da hast du irgendwann einen Nachziehstapel, also du ziehst halt immer Karten nach für eine Auslage und irgendwann hast du einen Kartenstapel, der einfach tausend Karten dick ist und wenn dann irgendwie ein Effekt sich auf eine andere Karte bezieht, die aber nur in der Erweiterung vorkommt, ist die Chance, den zu treffen, relativ gering. Deswegen soll man diese Staffeln eigentlich immer separat spielen. Ich habe das jetzt bei mir so gemacht, ich habe jetzt zwei Staffeln hier, die Chronicle of the God Slayer und die Rise of Virgil, glaube ich, weil ich die gut fand und die habe ich aber zwar in einer Schacht, in einer Kiste, also in einer, aber ich habe die in Tüten so sortiert, dass ich Staffel 1, Staffel 2 oder ne, Virgil war 3, aber ich muss mir, glaube ich, nochmal Sturm der Seelen besorgen. Ähm, aber ja, Essential ist halt so, ähm, der leichte, easy, äh, gute Laune, ja, gute Laune nicht, weil das Grafikdesign ja doch wirklich ein bisschen düster auch manchmal ist, aber es ist halt vom Spiel geführt, das ist so, für mich ist das ein Wohl, das ist für mich ein Wohlfühlspiel, René. Bin ich bei dir. Also das, 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 das mit zum Beispiel so dieses Thunderstone, was ich, das hatte ich auch, aber habe ich jetzt nicht mehr. Bei Thunderstone, das ist mir kein Wohlfühlspiel, obwohl ich habe die, äh, andere Box noch offen, also die Epic, die da kommt, aber bei, bei Thunderstone war es ja immer so, okay, du gehst in den Dungeon, hast Licht, dann musst du überlegen, so, jetzt habe ich die Waffe, die darf ich tragen, aber jetzt muss ich noch Licht mitnehmen, dann haben die Monster minus eins Licht und damit ich die Monster hauen kann und das ist bei Essential nicht, du kannst es einfach sehen, bei Essential habe ich irgendwie, äh, viermal Macht auf der Hand, dann kann ich das Monster mit vier oben hauen und in meinen Deckel bringen. Ist halt ein bisschen einfacher. Arne, freu dich auf Thunderstone Quest, das ist so viel besser als das alte Thunderstone. Aber dieses Licht gibt es da immer noch, oder? Ja, aber das ist viel, viel easier. Ja, deswegen, deswegen habe ich die Bestellung da auch immer noch offen, also ich bin da auch bereit, irgendwie eine gewisse Geldsumme zu bezahlen, weil es auch so eine Riesenschachtel ist, da freue ich mich tatsächlich sehr drauf. Aber Essential ist auch wirklich für mich, das, da überlege ich, ob ich es mit meiner Tochter jetzt demnächst nochmal ausprobiere, weil Dominion hatten wir auch schon mal gespielt. So, ich, klar, könnte mir sogar vorstellen, dass es einfacher ist wie Dominion, weil du immer so eine begrenzte Auslage hast. Ja, absolut. Die ist überschaubar, es ist überschaubarer. Das wurde natürlich auch bemängelt, das ist ein bisschen, ja, glückslastiger, du bist ein bisschen vom Kartenglück abhängiger, aber, ähm, ja. Das hat auch bei Star Realms niemanden gestört. Ja, richtig, aber Essential war halt ja irgendwie dann diese paar Jahre vorher. Genau, Star Realms und, äh, Essential sind ja auch sehr ähnlich. Star Realms oder Hero Realms, diese Realms-Deckbauer. Funktionieren ja sehr ähnlich. Ich gucke gerade, wo es steht. Irgendwo. Hm, ja. Habt ihr das? Also, Matthias, du hast es gespielt, du fandest das ja auch gut. Äh, ich liebe das. Ich, 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 ich liebe es auch tatsächlich, diese einzelnen Sets für sich alleine zu spielen und zu gucken. Und du kannst, in der App kannst du ja auch Solo spielen und, äh, immer wieder versuchen und entsprechende, es gab, wenn du, ähm, im zweiten, mit dem zweiten, äh, äh, Season, wenn du da eine bestimmte Kombo auf den Tisch gekriegst, hast du unendlich viele Punkte machen können. Sturm der Seen hieß die, glaube ich, aber, ja. Das war der Hammer, das auszuloten und zu schaffen. Aber die App, ich hab die irgendwann neulich nochmal installiert, die sieht aber auch schon irgendwie so nach 2013 irgendwie aus, ne? Ja, aber, ganz ehrlich, passend zur Illustration von damals. Ja, über die Diskussion, äh, über die, ja. Ich hab auch, ähm, das bis jetzt nur, also physisch hab ich's nicht gespielt, sondern nur über App, äh, fand's ja auch sehr zugänglich, ähm, weil du halt dieses Ressourcenmanagement nicht hattest groß. Ähm. Du hast ja nur zwei. Zwei Ressourcen. Aber, ähm, ich fand's halt einfach, es hat mich von der Grafik tatsächlich abgeschreckt, auch schon dieses, dieses, dieses Cover von der, von der Box damals. Dass ich das nie mir physisch, äh, gegeben hab. Nein, großartig. Also, ne, gerade weil's auch so andersartig ist, genau, das macht mich total an. Na, ich sag nicht, dass es schlecht ist, ich hab's, das hat mir einfach Grafik nicht, äh, abgeholt und, ähm, ja, deswegen ist es nie hier gelandet. Wahrscheinlich hätte ich sonst auch noch ein ganzes Regal voll Zeugs. Ja, wie gesagt, ich guck grad mal, die haben jetzt da irgendwie, also die hauen immer noch neues Zeug raus, aber, ja, tut ein bisschen, ist ein bisschen schade, dass es da irgendwie, also Age of Ascension, Realms Unraveled, Year One Collector, also Dreamscape. Ist da auch eine Legacy-Variante von? Noch nicht. Ascension X. Weil dann würde ich jetzt mal ganz unverschämt zum nächsten Deckbauer überleiten, äh, der eine Legacy-Variante schon bekommen hat, ähm, und die zweite kommt jetzt, ja. Disclaimer? Genau, also wir fangen einfach an, ich rede über das E und das N, Achtung, Disclaimer, ähm, normalerweise besprechen wir ja nichts, äh, wo der Matthias seine Finger mit im Spiel hat, ähm, aber da ich das Spiel schon, äh, Moment, wann war's? 2000, wann war diese Episode? Weiß ich nicht. Ich glaube 18 oder 17. Ja, genau, 2009, 18, 18, ähm, hab ich schon drüber gesprochen, äh, wo Matthias nichts damit zu tun hatte, äh, deswegen hab ich auch kein Problem darüber nochmal zu sprechen und zwar über Eons End, äh, da mach ich wieder den Move, ich rede über die Serie, zumindest ens über die Serie oder die Teile der Serie, die mir bekannt sind, ähm, es hat ja angefangen mit, äh, Eons End und dann gab's Eternal War und dann gab's, äh, das Legacy, äh, dann die nächsten krieg ich jetzt nicht mehr, äh, namentlich auf die Reihe, aber da gab's, dann die haben auch mit einer Kampagnenerweiterung gearbeitet, ähm, also bringen auch noch, äh, ordentlich Zeug mit raus, äh, zu den großen Boxen, äh, gibt's ja auch immer noch kleine Erweiterungen dazu, aber halt auch ein ganz, ganz tolles, äh, ein ganz, ganz toller Deckbauer, ähm, der kooperativ funktioniert, ähm, der, so wie Arnes eben sagte, nicht die Probleme hatte wie ein, ähm, äh, äh, wie hieß der andere Deckbauer? Der Fantasy? Thunderstone. Thunderstone, genau, Thunderstone. Äh, hat also ganz schnell gespielt, ähm, und, äh, ja, wie der Arnes immer so schön sagt, der besondere Kniff, äh, das nicht, äh, Mischen des Stapels, was einfach nochmal eine, eine unheimliche, äh, Tiefe da reinbringt in einfach, wie, wie spiele ich meine Kombos aus, wie spiele ich meine Karten aus, dass sie nachher so in der Reihenfolge im Stapel sind, dass ich nachher auch wieder eine gute Kombi ziehen kann, äh, weil das ja nicht mehr gemischt wird, sondern ich kontrolliere quasi das Deck und, äh, das war einfach eine neue Sache und dann haben sie einfach total tolle, äh, Mechaniken, wie sie, wie sie Endgegner designen, wie sich jeder Endgegner irgendwie komplett anders anfühlt. Ähm, aktuell ist es ja so, wenn man sich die ganzen Kickstarter anguckt, ähm, da gibt sie diese sogenannten Boss-Battler, jetzt hier, ähm, Kingdom Death Monster ist zum Beispiel sowas und da kommt jetzt demnächst noch immer mehr raus, ähm, und im Endeffekt ist Eon End genau auch das, ist auch, du kämpfst gegen einen Boss, der sich, äh, immer unterschiedlich verhält und, äh, du musst mit deinen Karten drauf reagieren, wie der sich verhält, ähm, der tut manchmal Sachen, die, äh, nicht vorhersehbar sind, der verhält sich, je nachdem, wie du ihn angegriffen hast, anders, ähm, oder, äh, die, die, Bosse und der verhalten sich immer unterschiedlich, ähm, das macht total Laune und auch die Legacy-Variante davon, hab ich damals total abgefeiert, weil du halt nach und nach halt so, du beginnst mit irgendeinem Schlumpi-Zauberer, der überhaupt nichts kann, es gibt so drei, vier Zaubersprüche, die kannst du machen und du bist so echt, echt froh, wenn du so die, die, die ersten Gefechte dann einigermaßen gut überstanden hast und dann nach und nach mehr, mehr, äh, oder stärkere Zaubersprüche auch freischaltest, die du dann wählen kannst, oder aus denen du wählen kannst. Und dann kriegst du eins auf die Fresse, weil natürlich auch die Gegner wieder stärker werden. Äh, total toll und, ja, Eons End kann ich als Deckbauer immer nur jedem wärmstens empfehlen. Finde ich super. Ich äußere mich jetzt dazu nicht. Nein. Ähm, ja, ich hab das, ich hab das auch gespielt. Ich hab das erste, die erste Berührung, die ich damit hatte, war mit dem War Eternal, also mit dem, äh, zweiten Dings da irgendwie. Zweiten Grundbox. War am Anfang so ein bisschen sperrig, weil das ist ja schon, du, das ist jetzt nicht so ein Wohlfühlspiel wie so ein Ascension, wo du einfach sagst, so, ich hab das auf der Hand und dann schnetzle ich das Monster, was in der Mitte liegt, einfach weg und dann ist, hab ich das selber auf der Hand, sondern du musst ja schon ein bisschen mehr machen. Du hast ja da viel mehr Mechaniken drin, deswegen sind jetzt die beiden Spiele natürlich nicht vergleichbar, aber, ähm, das hat mir unglaublich, also das War Eternal hat mir richtig gut gefallen und dann kam mir dann irgendwie die Nachricht raus, so, ey, es gibt da auch bei der deutsche Übersetzung von, da hab ich mich sehr drauf gefreut, hab die auch hier im Schrank liegen, ähm, und ich, ich feier das auch voll ab, also das ist richtig, richtig gut. Ja. Und das sag ich jetzt nicht nur, weil, ne, wie gesagt, wir klemmern jetzt hier Frosted Games aus, aber, ähm, ich hoffe, wir können uns da vergeben, dass wir das jetzt nennen, weil es ist halt ein gutes Spiel mit A. Ja, und wie gesagt, ähm, wir haben es schon, äh, abgefeiert, bevor, wie gesagt, der Matthias da die Finger im Spiel hatte, deshalb hab ich da keine Skrupel, das einfach mal vorzustellen und ich hoffe, dass alle, die jetzt da rumjammern und sagen, äh, das ist, sagen die nur, weil Matthias, nein, das sag ich nicht nur, weil Matthias, das hab ich dem Matthias auch schon vorher gesagt, dass das ein tolles Spiel ist. Ja, die sollen nach Hause. Du bist dran schuld, dass ich's rausgebracht habe, also. Ja. Also. Beschwerden bitte an renee-at-bretter-wisser.de Gibt's die Adresse überhaupt? Beschwerde-at-bretter-wisser.de Ja. Das, äh, war Eons End. Ja, ich hoffe, dem Spiel, äh, ich hoffe, dem Spiel passiert nicht das gleiche Schicksal wie, äh, dem Ascension, sondern, dass da auch möglichst vier noch hinterherkommt. Okay, das war jetzt gemein. Die englische Pipeline ist auf jeden Fall voll. Wenn da jetzt tatsächlich noch eine zweite Legacy-Variante rauskommt, äh, ich glaube, da, äh, kommt genug Zeugs hinterher. Also, die englischen produzieren da auch noch, oder? Ja. Ja, pff, keine Ahnung. Guck mir ja englische Spiele nicht so an. Ja, vertrau mir. Ja. Gut. Okay. Dann darf jetzt der Matthias. Jetzt darf er wieder reden. Mein nächstes Arschspiel vorstellen. Mein nächstes Arschspiel, das ist eins, von dem ich mir ziemlich sicher bin, dass es keiner von euch auf der Liste hat, weil ich nicht mal sicher bin, dass irgendeiner von euch es überhaupt schon gespielt hat. Und zwar An Infamous Traffic. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal vorgestellt hatte. Es geht um, äh, es geht um Opiumhandel im alten China. Wir sind, äh, wir sind, äh, eine Gruppe von, also wir sind, äh, verschiedene britische Firmen, die mit China Handel betreiben. Und das tun wir unter anderem, indem wir, äh, uns Schiffe besorgen und ein paar Händler einrichten. Und indem wir China versuchen, mit, ähm, der Hilfe von ein paar Piraten und paar Bürokraten mit Opium zu versorgen, bevor dann, äh, die Regierung in Form von Polizei versucht, das niederzustrecken und unsere Verkaufswege da irgendwie zu unterbrechen. Also es ist tatsächlich ein Wirtschaftsspiel mit, äh, Wirtschaften von Opium. Äh, wir müssen selber jede Runde, jede der vier Runden entscheiden, wo wollen wir unser weniges Investment, das wir haben, einsetzen. Und am Ende jeder Runde müssen wir auch überlegen, was wir mit dem Geld, was wir verdient haben, dann machen wollen, weil in erster Linie willst du dich damit in London zur Ruhe setzen und deinen Nachfolger das für die nächste Runde übergeben, ähm, in der Hoffnung, dass du gar genug Geld eingesetzt hast, um die wertvollen Punkte zu kriegen. Ähm, wertvolle Punkte heißt an dieser Stelle, es wird, jede Runde gibt es so drei Karten, die man so, äh, ausliegen hat mit, die liegen geheim aus, jeder darf sich eine von denen zufällig angucken und da sind so Siegpunkte zwischen minus eins und plus drei drauf und, äh, wer am Ende die meisten Siegpunkte hat gewonnen. Also, man kann sich vorstellen, mit fünf Punkten hat man schon mal richtig ordentlich Punkte. Ähm, das Spiel kann aber auch so ausgehen, dass es zu einem Aufstand kommt, das Spiel vorzeitig beendet wird und dann ist es scheißegal, wie viele Punkte du hast, sondern dann zählt nur, wie viel Investment hast du in China und da kann es dann jemand ganz anders sein, der gewinnt. Und diese Brücke mit dem Thema, das ist alles irrsinnig spannend, jede einzelne Entscheidung ist echt entscheidend und das Ganze in einem 60-Minuten-Spiel von meinem aktuellen Lieblingsautor Cole Worley und, ähm, momentan leider unbekommbar, äh, weil der eigene, der alte Verlag hat das vor einem Jahr aus dem Programm genommen und Cole Worley selber sitzt derzeit an der Neuauflage, die er angeht, sobald er die Neuauflage von John Company fertig hat. Ähm, bis dahin einfach warten oder sich gucken, dass man irgendwo noch vielleicht ein Exemplar ergattert. Und, aber Matthias, hast du gerade gemogelt? Wieso? Das Spiel fängt mit A an. Weil N? N? A, N. N in Famous Traffic, ja. Wollt ihr nicht die Artikel weglassen? Ach, gilt das als Artikel? Wird das denn nicht unter I? Gilt das als Artikel? Das ist doch kein Artikel. Das ist ja nicht The Infamous Traffic, die in Artikel. Genau, also zumindest die mit D hätte ich immer weggelassen. Die mit E, da könnte man jetzt drüber diskutieren, weil das ja, äh, schon ein Unterschied ist, ob ich, äh, ein oder zwei vorne stehen habe. Ähm, aber, ähm, wenn du das als Mogeln siehst, dann tut es mir leid, also für mich ist das auf jeden Fall ein Spiel unter A. Reni, du hast auch ein Spiel mit dem E genommen. Nein. Äh, A, E? Versuch das. E ist doch, ist so. Hier Mogeln nur alle. Hier Mogeln nur alle. Such das mal mit E. E und Z. Ich befürchte, man wird das finden, weil Google das gleich interpretiert, aber ja. Ich freue mich schon auf die Top Ten mit den Spielen mit Ä. Oh, das wird, ja, das wird schön. Matthias, das sieht aber ein breites Spektrum, glaube ich, was du da aufgemacht hast, ne? Habe ich das? Ja, ja, von Abluxen zu Infamous Traffic ist immer so thematisch schon mal sehr breit auseinander und ich weiß nicht, spielerisch wahrscheinlich auch. Ja, spielerisch auch, äh, dann, dann wird mein drittes Spiel das Dreieck voll machen, sage ich das mal so. Oha. Churchill fängt aber mit C an. Aber das ist doch wieder eins der Spiele, die grafisch nicht, äh, viele hergeben, oder? Grafisch? Och, das ist süß. Nein. Macht Abluxen auch nicht. Das Cover ist super. Oder optisch. Also bei Infamous Traffic kannst du sagen, was du willst. Das Cover ist super. Er hat Infamous Traffic gesagt, ne? Hast du gehört? Der Rest entspricht ungefähr auch der Qualität, also wenn du das Original vom Verlag gekauft hast, der, der ja nur Print on Demand herstellt, du kriegst ne kleine dünne Pappschachtel, die noch nicht mal sonderlich stabil ist und da drin ist ein Papierbogen als Spielplan, den du ausfalten musst, den du auch nicht glatt kriegst und, äh, ein paar Marker auf Holz gebrannt, die du irgendwie ausdicken musst. Das ist auch materialtechnisch gefühlt, denkst du dir so, und das kostet 50 Dollar, aber ich kenn genug Leute, die würden sogar 100 Dollar dafür zahlen, wenn sie jetzt noch irgendwo eins kriegen würden. Und vertrau mir, das ist, ich bin mir ziemlich sicher, die Neuauflage, wenn er die dann angeht, die wird dann auch hübsch sein. Ja, jetzt hat er ja seinen Namen so ein bisschen, ne? Er hat jetzt ja den Namen. Den hat er, das ist richtig. Er hat seinen Namen, er hat mit Root, hat er auch sich viel Freiheit erkämpft. Das muss man kurz auf den Kopf zergehen lassen. Der Herr hat bis jetzt fünf Spiele gemacht, also beziehungsweise vier davon sind erst veröffentlicht. Vier Spiele und tatsächlich find ich alle vier grandios geil. Können wir vielleicht nochmal das sagen. Also das Root hat er halt gemacht, was wahrscheinlich irgendwie so sein größter Erfolg ist. Dann gibt's das Pax Pamir, Second Edition. Das Pax Pamir, sowohl die First als auch die Second Edition sind von ihm, aber die Second ist deutlich besser als die First, kann ich so schon mal sagen. Das An Infamous Traffic und das vierte ist halt das John Company, wo auch demnächst eine Second Edition von ihm kommen wird. Und das fünfte Spiel, das über Kickstarter schon durch ist, was irgendwann auch mal ausgeliefert werden wird, ist dann O's. Hm. Oh, Rating 3,9. Oh, sieht nach einem Wohlfühlspiel aus. O's, ja. O's ist wohl, ja, für dich wahrscheinlich nicht. Aber ein Infamous Traffic, Arne, wird dich von den Regeln her nicht überfordern. Das kann ich in der Fülle schon erklären, es hat ungefähr 60 Minuten, aber es sind 60 hochdramatische Minuten. Okay. Wir können's ja mal über Wessel spielen. Den Tom? Nee, nee. Da ist die Optik dann auch egal. Also Wessel ist auch so eine schöne Plattform. Ich hab ein paar Freunde über den Beeple Slack gefunden, mit denen ich mich versuche, jeden Sonntag zu treffen und da haben wir ein paar Partien Pax Pamir und ein paar Partien An Infamous Traffic und auch so ein manch anderes Spiel gespielt und das macht total Freude und das freut mich total, dass ich die Spiele auf diese Weise spielen kann. Ja. Gut. Sonja. Irgendwelche Fragen zu dem Spielen? Sonja, hast du Fragen dazu? Nee, ehrlich gesagt nicht. Möchtest du es auch mal spielen? Ja, das hab ich tatsächlich schon länger auf meiner Liste, wo ich sage, das würde ich mir mal angucken. Dann schau mal, dann nimmst du dir den Micha und dann hol ich noch jemand anderen zu, oder den Uli zum Beispiel und dann spielen wir mal eine Runde zu viert auf Wessel, während wir gleichzeitig skypen und dann lernst du es mal kennen. Das geht wirklich in einem Abend locker. Sonja spielt nicht so gerne am Rechner. Ja, aber mit Wessel, das ist schon was anderes. Das wird sie hinbekommen. Oh, Matthias, Vorsicht. Nee, ich weiß, was du meinst. Ich spiel ja auch zum Teil ungern am Rechner, aber das ist an der Stelle dieses Spiel wert, dass man es trotzdem macht. So, genug. Übrigens, ich habe munkeln gehört, dass der Spielworks Verlag alle Spiele vom Cole Verley dann auf Deutsch bringt. Also auch John Company und An Infamous Traffic. Und aus. Hoch auf Uli, find ich super und ich hoffe, dass ganz viele Leute sich das dann auf Deutsch zulegen. Bei dem Pax Pamir finde ich ja das Material cool, aber ich glaube, das Spiel sollte ja auch die Finger davon lassen. Das Spiel ist auch cool. Arne, das würde dich auch für den Regeln nicht überfordern. Nee, 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 nee. Regt mich da nicht rein. Das ist schon eine teure Sendung hier heute. Arne, auch du bist gerne eingeladen zu einer Runde online. Mein Rechner ist zu alt. Nee. Das ist der Alte. Gut, jetzt darf Sonja aber ihr nächstes Spiel. Mein nächstes Spiel beginnt genau wie mein letztes Spiel. Mit dem A. Mit Aufbruch. Aber diesmal geht es um Aufbruch nach Newdale. Die Weiterentwicklung von Oh My Goods von Alexander Pfister, genau. Ich mochte Oh My Goods schon sehr. Bei Aufbruch nach Newdale kommt jetzt noch ein Brett dazu. Richtiger Worker Placement Mechanismus, auf dem wir, auf dem es aber Einsatzfelder für alle Spieler gibt. Also man nimmt den anderen nichts weg. Sondern man kann, also jeder Spieler kann auf jedes Feld einmalig gehen pro Runde. Und dann haben wir zusätzlich noch ein Brett, auf dem wir uns ausbreiten können. Da können wir so Bonusplättchen erhalten. Und das alles finde ich eine gelungene Erweiterung von Oh My Goods. Es ist als Kampagne aufgebaut. Wird in acht Kapiteln gespielt. Wer jetzt aber denkt, dass es wirklich ein Story-lastiges Kampagnen-Spiel ist, der wird hier enttäuscht. Die Story hätte für meinen Geschmack tatsächlich noch ein bisschen mehr sein können. Aber da es mir meist mehr auf den Mechanismus ankommt, habe ich hier genau gefunden, was ich haben wollte. Und mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich muss gestehen, dass wir es jetzt, nachdem wir die Kampagne einmal durchgespielt haben, seitdem nicht mehr angefasst haben. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, das irgendwann nochmal anzugehen. Und man kann die einzelnen Partien oder die einzelnen Kapitel auch alleine spielen. Also man muss es nicht immer in der Kampagne spielen. Bei Kampagnen spielen werde ich ja grundsätzlich immer hellhörig. Was bedeutet denn da Kampagne? Das bedeutet einfach, dass so eine ganz dünne Story ein bisschen weitergeführt wird. Es geht um so eine Reise. Man beginnt irgendwo auf dem Land und bewegt sich hin zum Wasser. Und am Ende hat man dann Schiffe, mit denen man sich bewegen kann. Und das heißt mechanisch einfach nur, dass weitere Karten hinzukommen mit neuen Effekten. Dass sich halt so Spielelemente ganz geringfügig ändern. Das war fest vorgegeben ändern. Da ist jetzt keine Variabilität in, dass das vom Ausgang des vorherigen Spiels abhängt. Nee, das nicht. René, das war das Spiel, was als es vorgestellt wurde, mit diesem Ringbuch vorgestellt wurde. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Das hast du bestimmt auch mal gesehen. Genau, lange Zeit sollte es so ein Ringbuch werden. Und am Ende sind es dann drei einzelne Spielpläne beidseitig unterschiedlich bedroht geworden. Das war, glaube ich, einfach eine Preisfrage. Aber ich finde auch, es hat auf mich nicht negativ gewirkt, dass man eben nur diese Bretter zum Spielen hatte. Nein, nein. Ich habe das auch mal gespielt. Das hat mich unglaublich gelangweilt. Ich habe das halt in Göttingen gespielt. Die haben halt so eine Kampagne da gespielt. Da habe ich dann eine Partie mitgespielt. Erstmal musste ich es halt mechanisch durchsteigen. Und dann bin ich, glaube ich, nicht der größte Fan von Engine-Bilder-Spielen. Und das Spiel ist ja doch sehr maschinenaufbauig, könnte man sagen. Also du musst halt so, wie bei Royal Goods, Oh My Goods, da ja auch so diese, ey, ich mache mir jetzt daraus das und dann mache ich das dann und dann da. Genau. Und bei Oh My Goods oder Royal Goods hat man ja mit diesem Sonnenaufgang, dass man nicht wusste, mit welchen Waren kann ich produzieren. Und zwar wurde es so bis zwei halbe Sonnen aufgedeckt worden. Und hier hat man das mit den Arbeitern. Und zwar werden zu Beginn einer Runde festgelegt, es gibt vier verschiedene farbige Arbeiter. Und die Gebäude verlangen immer eine bestimmte Anzahl in bestimmten Farben. Und zu Beginn jeder Runde wird eine feste Anzahl rausgelegt. Dann muss man schon mal planen, welche Aktion man machen möchte. Und auch hat man hier wieder die Möglichkeit, schlampig zu produzieren, normal zu produzieren oder besonders zu produzieren. Dann bräuchte man mehr Arbeiter. Und erst nachdem man die ganzen Aktionen geplant hat, werden aus dem Beutel weitere Arbeiter gezogen. Das ist auch nochmal so ein kleiner Effekt, wo man ein bisschen planen, ein bisschen spekulieren muss und noch nicht ganz genau weiß. Es gibt da natürlich noch eine Möglichkeit, das zu kompensieren, wenn man nicht genug Arbeiter hat. Ja, aber ich mag so eine Planung und überlege jetzt gerade, dass ich es eigentlich ganz spannend finde, dass ich sowohl bei Aufbruch nach Newtel als auch bei Aufbruch zum Roten Planeten so eine Effekte drin habe, die so ein bisschen unplanbar sind. Obwohl ich eigentlich gedacht hätte, dass ich eher, dass ich eigentlich ganz gerne mag, Spiele durchzuplanen. Vielleicht ja doch nicht so ganz. Also wer hat dieses Royal Goods oder, was ist jetzt der originale Name, also der jetzt im Moment, Oh My Goods ist jetzt der korrekte Name, ne? Genau, das ist der Name, von dem Spiel, was jetzt noch... Wer das schon gespielt hat und das gut fand und ein bisschen mehr noch möchte, der kann ruhig zu Newtel greifen. Greifen, wollte ich gerade sagen. Also da könnt ihr auch auf jeden Fall das... Aber da ich halt schon mit den Royal Goods nicht... Oh My Goods. Oh My Gott. Jetzt auch nicht so richtig warm geworden bin, war jetzt Newtel jetzt auch für mich jetzt so. Ich habe es jetzt einmal kennengelernt und jetzt auch gut. Und Kampagne ist ja dann nochmal so ein Thema, also... Wobei, wie gesagt, man kann das hier alles, jedes Kapitel für sich alleine einzeln und man verpasst da auch storymäßig nicht wirklich viel, wenn man da jetzt... Deswegen war es jetzt... Es ist vom Aufbau her ein bisschen nervig, wenn man die Kapitel einzeln spielt, weil man halt immer wieder aus so einem großen Stapel Karten dann raussuchen müsste, wenn man wieder ein kleineres Kapitel spielt. Später bleiben die Karten aus den vorherigen Kapiteln zwar immer drin, es sind einfach nur mehr dazu. Aber wenn man dann wieder ein niedriges Kapitel spielen möchte, müsste man wieder was raussortieren. Also ich muss ja gestehen, ich habe Oh My Goods wirklich super gern gespielt und ich fand die Idee, wie sie... Wie die kleinen Erweiterungen da Kampagne reingebracht haben, total grandios. Hat mich sehr begeistert. Das Newtel steht leider noch ungespielt im Regal. Da bin ich tatsächlich neugierig noch, wie es mir gefallen wird. Aber deine Aussagen machen mir jetzt schon mal Freude drauf. Also bei uns hat es tatsächlich gefallen. Die einzelnen Partien waren manchmal vielleicht doch ein bisschen lang, weil man ja irgendwie dann doch auch das Gleiche macht. Und es natürlich auch so ein Zufallsfaktor ist, welche Karten kommen jetzt wirklich ins Spiel. Und es gab auch Kapitel, da kommen dann vielleicht fünf neue Karten rein. Und ob man die wirklich auf die Hand bekommt, dass man sie bauen kann, steht dann auch noch auf einem anderen Blatt. Aber trotzdem haben wir es zu viert gespielt und alle haben hinterher gesagt, ja, es hat trotzdem begeistert. Man wollte halt auch immer wissen, wie geht es weiter, beziehungsweise beim nächsten Mal, wenn man es vielleicht nicht so erfolgreich gespielt hat, einfach gucken, dass man es beim nächsten Mal nochmal besser macht. Ich finde es gelungen. Okay, Arne, dann. Mich wundert, dass das Spiel noch niemand genannt hat. Deswegen, was werde ich jetzt gleich tun? Nikola haben wir schon genannt. Ja, das hat mich auf jeden Fall schon gewundert. Ein anderes Spiel, was eigentlich sofort, ist mir sofort, bevor ich meine App aufgemacht habe und dort reingeguckt habe, welches Spiel ich mit A irgendwie gespielt habe. Hä, was? Ascension hast du auch schon genannt. Stimmt, ja. Welches Spiel würde ich wohl noch gut finden? Mal gucken, ob ihr draufkommt. Absolut. Ja, danke. Bitte. Genau, ich schreibe da nochmal jetzt noch ein Asyl drauf, das ist für mich Wohlfühlspiel, trifft es glaube ich nicht ganz, weil man das Spiel ja sehr gemein spielt, also das Ur-Asyl, die anderen beiden, also die anderen beiden habe ich nicht gespielt, deswegen rede ich jetzt erstmal über das Ur-Asyl, weil das, ja, weil das in seiner, aber in seiner, klar, also Asyl ist ja Thema hin oder her ein abstraktes Spiel, aber was halt, bitte? Ja, ist es, absolut. Ja, irgendwie, wie ist das Thema, irgendwelche Fliesen müssen gelegt werden und die anderen Fliesen gehen kaputt oder, weiß ich, und die Fabriken produzieren irgendwie, du nimmst dir irgendwelche Fliesen aus der Mitte, ob das jetzt irgendwie eine Fabrik ist oder nicht, ist mir relativ egal, und verbaust die auf deinen Plan. Und das ist halt so in seiner, in seiner Schlichtheit finde ich das so genial, dass das, dass das glaube ich auch wirklich immer noch so ein Dauerbrenner ist und so ein Spiel des Jahres war, was auch wirklich wahrscheinlich in 10, 15 Jahren noch Relevanz haben wird. Was haben wir damals gesagt? Es war nicht nur obvious, dass es gewinnen muss, weil es wirklich den gesamten Jahrgang überschattet hat, sondern es ging auch eigentlich für die Jury kein Weg dran vorbei. Ja, ist das so in Nachbetrachtung? Ja, ist immer noch so, oder? Ich glaube, das war glaube ich so eins der letzten Spiele des Jahres, wo wenige Leute irgendwie diskutiert haben, so von wegen, so wie bei Just One diese Diskussion aufbrach, so ey, was soll das? Und wie bei Pictures war ja auch so, also bei Azul war das ja, Azul war ja dieser Favoritensieg, den glaube ich wir auch hier im Podcast irgendwie jeder irgendwie vorhergesehen hat oder erwartet hat. Ich versuche gerade rauszufinden, was da noch in dem Jahr noch nominiert war. Weißt du, Matthias, weißt du das aus dem Kopf? Was noch nominiert war? Natürlich weiß ich das aus dem Stehgreif. Tipp, 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 tipp. Luxor und The Mind. Luxor und The Mind, oh, ich erinnere mich mit Luxor, oh, ja, richtig. Genau, also ich glaube, da gab es vorhin wenig Leute, die da gegen Azul jetzt gewettet haben. Wie gesagt, ich glaube, jeder hat es hier gespielt, ich glaube sogar René auch, ne? Ja, ja, ich habe das auch gespielt. Hast du es auch noch, also besitzt du es oder hast du es nur gespielt? Ich habe es nur gespielt, ich habe es nie besessen. Also das Spiel ist halt für mich so ein rundes Paket, wo es ja auch denn diese Diskussion gab, hätte das Spiel auch gewonnen mit anderen Materialien und so und, ähm, aber das ist halt für mich, also ich weiß auch genau, ich hatte es dann irgendwie auch mal Weihnachten irgendwie zu meiner Familie mitgenommen und es haben alle mitgespielt. Also das war ohne Probleme möglich und das ist, das ist dann halt für mich, ja, jetzt sind wir wieder bei dem Klischee, aber das ist für mich Spiel des Jahres, dass du es mitnehmen kannst und überall jeder kann da eine gute Zeit mit haben. Wie gesagt, du kannst das halt auf einem angenehmen Level spielen, aber du kannst das dann auch knallhart spielen, also das Spiel kann halt auch echt gemein sein. Du kannst, du hast ja, du hast ja absolute Informationen über alles, also du hast, das ist ja ein Spiel mit offenen Informationen für alle. Und da kannst du halt den Gegner ziemlich auch ins Messer laufen lassen, wenn du das möchtest. Das ist so wie so ein, das ist auch so ähnlich wie bei Zug um Zug, was du halt auch nett spielen kannst, aber auch wirklich sehr konfrontativ, was halt viele gar nicht bedenken bei den Spielen. Oder gerade auch bei Carcassonne. Genau. Ich habe erlebt, also Carcassonne, gerade wenn du es zu viert oder fünft spielst und einfach nur jeder ein bisschen Ruhe haben will, dann spielt es aus dem Bau heraus, dann macht jeder seine Punkte und dann baut man schöne Landschaften. Oder du kannst es zu zweit auf Turnierebene, da bist du über jeden Punkt glücklich, weil da wird sich nichts gegönnt, ja. Genau, das ist dann für mich so ein Spektrum, was halt immer spannend ist, dieses easy listening, könnte man sagen bei Musik, easy playing oder halt wirklich Messer zwischen den Szenen und Kippin. Zu den anderen, ich glaube das zweite, wie war es, die Buntglasfenster von Sintra, galt jetzt glaube ich nicht als der große Wurf. Der große Wurf ist auch von Rabenvogern. Ja, die Klappe, galt jetzt so nicht als Erfolg oder, ja, es war schon glaube ich okay, aber ich glaube das erste Asyl steht eben doch ein bisschen in der Sonne und das andere steht im Schatten. Und das dritte war jetzt ja, äh, die Gärten, nee, Sonja? Pavillon. Sommer Pavillon. Sommer Pavillon. Ja, das ist dann glaube ich nochmal so diese, man könnte, ich hab's auch nicht gespielt, aber so von Regeln kommt halt noch ein bisschen mehr da rein, ne? Also das würde ich dann so als Kenner-Version vielleicht von Asyl irgendwie beschreiben. Würdest du das treffen? Das halt ein bisschen mehr, also du hast ja bei Asyl ja keine Sondereffekte oder so, wie sowas, oder leg den Stein da rein und du kannst noch das machen. Das ist ja bei Sommer Pavillon schon ein bisschen anders, ne? Genau. Genau. Und deswegen würde ich jetzt irgendwie den Pavillon denn mit den mehr Möglichkeiten wahrscheinlich aus diesem Familienbereich schon wieder rausnehmen. Ich weiß gar nicht, ob ich so weit gehen will, aber ich kann diese Überlegung auf jeden Fall nachvollziehen. Aber ich persönlich muss sagen, wenn ich zwischen den drei wählen muss, ich weiß, es gibt einige Leute, die finden den Sommer Pavillon am spannendsten, weil der auch am wenigsten gemein ist, dadurch, dass du jede Runde vorgegebene Joker-Farben hast und du dadurch etwas freier in der Gestaltung bist. Ja, aber das macht mich schon wieder nicht neugierig auf das Spiel. So dieses Asyl-Feeling wird für mich da so ein bisschen so durch diese, ey, hier gibt's irgendwie noch Joker-Farben und dann kannst du noch das machen und das ist denn für mich nicht mehr ... Die Frage ist, was betrachtest du als Asyl-Feeling? Das Asyl-Feeling, was diese Spiele gemein haben, ist der Auswahlmechanismus in der Mitte und der ist ja da nur ganz ticken leicht anders. Aber ich bin tatsächlich auch dabei, dass wenn ich sagen müsste, mein Lieblings-Asyl ist, dann ist es das Erste, weil da ist es wirklich auf den Punkt das Einfachste in dem Sinne. Spannend ist, ich hab grad mal bei Boardgame-Geek geguckt und das Rating für Asyl und den Sommer Pavillon ist exakt gleich. Also haben beide 7,8. Drei. Also bis auf die Zehn. Ich würde mich da auch Matthias anschließen. Also mein persönliches Highlight bleibt auch Asyl, aber der Sommer Pavillon steht fast auf einer Stufe. Also den spiele ich auch sehr gerne. Wohingegen das Buntglasfenster von Sintra fällt tatsächlich so ein bisschen ab. Ohne, dass es deswegen schlecht sein muss. Nee, das keineswegs. Aber wenn ich die anderen beiden als Alternative habe, würde ich immer eins der anderen beiden wählen. Asyl war ja auch so verrückt. Da hatte ich ja dann irgendwie die erste Auflage, die ja noch den Erstspieler-Stein, da war es ja noch kein Stein, da war es ja noch ein Pappmarker. Die Hälfte weggeschmissen hat. Was? Die Hälfte der Spieler. Nee, ich nicht, aber viele haben den doch weggeschmissen und den der gesucht. Ja, das war auch so ein kleines Ding. Und das hat mich auch irgendwie gestört und dann kam ja irgendwie die zweite Auflage raus mit einem Extrastein für den Erstspieler-Marco und ich habe dann meine Edition auch nochmal durchgetauscht. Ja, der Arne mal wieder. Ja, aber das... Aber du hast es noch, oder? Ja, natürlich habe ich das noch, auf jeden Fall. Das ist bei dir nicht so natürlich. Nein. Alle Spiele, die ich heute genannt habe, sind alle noch hier. Also, Essention jetzt... Aber ich möchte trotzdem festhalten, Sonja hat schon mal gelernt, dass bei dir das nicht natürlich ist. Nee, es geht ja auch um Spiele, die ich auch gut finde und die bleiben natürlich auch hier. Oder kommen wieder. Oder kommen wieder, genau. Wenn ich mich denn ärgere, kommen sie auch wieder. Aber auch ein spannendes Konzept, das ist da so erweiterungsmäßig, dass die so eigenständig sind, die Erweiterung, in Anführungsstrichen. Ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so ungewöhnlich. Ich meine, sie haben jetzt für das erste Asyl, haben sie natürlich eine Erweiterung gemacht mit neuen Brettern. Das ist also... Aber tatsächlich... Moment, das sind ja die Acryldinger oder was? Oder was meinst du? Ja, aber auch neue Unterlagen mit neuen Anordnungen. Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Genau, das ist jetzt auch relativ brandneu, glaube ich, jetzt erst. Ja. Aber tatsächlich finde ich, du siehst es ja auch zum Beispiel bei Carcassonne und bei Zug um Zug. Der Trend geht eher dazu, Spin-offs zu machen, weil die Leute es leid sind zu sagen, oh, warte mal, hier ist das Grundspiel und ich brauche davon das Material, aber aus der Weitung brauche ich das Material, das zu sortieren. Das ist gerade bei Zielgruppe Familie eigentlich zu viel, sondern die sagen einfach, guck mal, ich habe auch vier Monopolis im Regal stehen, da kann ich mir auch drei Azul hinstellen, dann spiele ich genau das auf, was ich gerade Lust habe und dann ist alles in einem Package und ich muss mich nicht weiter drüber nerven. Aber machen denn diese unterschiedlichen Anordnungen von diesen Fliesen, ich gucke gerade bei der Crystal Mosaik oder sowas, macht das denn so einen großen Unterschied aus? Also wenn, dann würde ich mir das kaufen für diese Overlays, aber so viel spiele ich dann Azul auch wieder nicht. Ich muss zugeben, ich habe es noch nicht gespielt, deswegen kann ich dir diese Frage nicht beantworten. Ich meine, die sind zwar nett, aber hat mich jetzt nicht so gestört. Arne, doch, das muss dich gestört haben. Du musst das unbildlich machen. Nein, der Spielermarker hat mich gestört, der hat mich wirklich gestört, aber, ach Gott, ist das ein schönes Spiel. Sieht immer noch gut aus. Dass das keiner von euch auf der Liste hat, ich wundere mich. Ich dachte mir, irgendeiner wird es von euch auf der Liste haben, aber es war in meiner Top 100, wenn ich das sagen darf. Wir sind auch auf Platz 102, weil es in der elften Folge Bonus-Folge war, wo ich ja nochmal zehn Spiele nachgeschoben habe. Da war Azul mit drin. Okay, dann mache ich mal weiter. Ich glaube jetzt, danke Arne für die Vorlage. Weiter könnten die Spiele jetzt nicht voneinander entfernt sein wahrscheinlich. Ich habe auch noch ein Spiel, das offen ist, was mit A beginnt und was unbedingt hier genannt werden muss. Also von mir auf jeden Fall. Ich weiß es. Ich tippe schon ein. A-R-K-A-A-M-Lehrzeichen-Krusel. Die Frage ist First Edition, Second Edition? Second. Ihr legt alle falsch. Was? Was? Also, ja, denkste. Das Kartenspiel. Nein, es hat nichts mit Cthulhu zu tun. Hä? Aber ein Spiel, was ich... Hallo, Fieberthermometer. Azatot. Vor Jahren hier auch schon mal abgefeiert habe. Arcadia Quest. Ah! Ah! Ich erinnere mich, mit dem Schmetterling. Genau, der Schmetterling. Ich weiß damals, als du das in der Folge vorgestellt hast, dass ich von Freunden, mit denen ich mich montags getroffen habe, zu dem Spiel, das ich dann gleich erwähnen werde, mich angesprochen habe und gesagt habe, wo kann ich das denn kaufen? Das hat der René so geil beschrieben, das muss ich haben. Ich erkenne da ein Muster bei René. Ja. Nur, dass es das schon jetzt auf Deutsch gibt. Nicht mehr. Nein, ja, nicht mehr. Arcadia Quest, als ich jetzt durch die Liste durchgegangen bin und das gesehen habe, stelle ich mir, verdammt, das hast du auch schon lange nicht mehr gespielt. Und dann fiel mir sogar noch ein, verdammt, da gab es sogar Anfang letzten Jahres die Solo-Regeln. Die habe ich immer noch nicht ausprobiert. Und das muss ich jetzt unbedingt nachholen innerhalb der nächsten Tage mal. Also, Arcadia Quest ist immer noch für mich ein total grandioses, ja, einfaches, kann man jetzt in dem Sinne nicht sagen, aber kompliziert ist es auch nicht. Aber ein saulustiges, einfach Würfel werfen und gucken, was passiert, Spiel, was jetzt vor allem davon lebt, dass du es halt mit mehr als zwei Spielern machst. Am besten mit vieren, weil es ist ja ein Player versus Player versus Environment Spiel, so wie es der Eric Lang damals bezeichnet hat. Wo es nur darum geht, uns schnell eins auf die Mütze zu geben und viele Würfel zu werfen. Über mehrere Spiele hinweg leveliert man halt seine Helden auf, versucht halt besser zu sein als seine Konkurrenten, um schneller an die Schätze zu kommen. Die dann aber regelmäßig dann die, in Anführungszeichen, die Monster übernehmen und einem dann Steine damit in den Weg legen. Es ist halt diesen Chubby-Style, also diese riesigen Köpfe, gegen so zu diesen winzigen Körpern. Chibi. Hat ein paar coole, Chibi, Chibi-Style, genau. Hat ein paar coole Miniaturen, die aber tatsächlich nicht kriegsentscheidend sind beim Spiel, weil es hier so ein reines Fun-Spiel ist, was einfach total Spaß macht. Ja, und einfach zu den Top-Spielen dazu gehört. Wenn man sie aufzählend. Wie weit braucht man denn die ganzen Erweiterungen dazu? Da ist nur die, ich weiß gar nicht, gab es die zweite und dritte noch auf Deutsch? Ich glaube nicht. Ich habe die erste Erweiterung, die packt halt nochmal mehr vom Gleichen dazu. Du hast halt mehr Helden, mehr Monster, mehr Karten. Dann gab es noch irgendwas mit Pets, dass man noch Tiere dazu kriegt. Ehrlich, man braucht es wahrscheinlich tatsächlich nicht. Und die Spin-Offs waren jetzt auch nicht so erwähnenswert. Genau, es gab noch Starkadia irgendwie. Da hat man gar nichts mehr von gehört. Das war wieder ein Kickstarter. Das ist das Problem, das in Anführungszeichen Simon oder damals noch Coolmure Not jetzt hatten. Und die bringen immer sehr viel vom Gleichen raus und pflegen das aber nicht wirklich, was die da machen. Die hauen Zeugs raus ohne Ende. Hauptsache ist es viel, viel Plastik dabei. Aber leider bleibt da viel auf der Strecke momentan, was die so herstellen. Deshalb Starkadia-Quest gab es. Dann gab es noch, genau, das Arcadia-Quest Inferno. Da ging es halt runter in die Hölle. Dann der weitere Spin-Off war ja noch Masmurra, das Dungeons of Arcadia, was überhaupt nicht geklappt hat. Ich finde aber das Arcadia-Quest in seiner Urform und im Zweifelsfall noch mit der ersten Erweiterung. Aber das Grundspiel reicht vollkommen, um da viel Spaß zu haben, um einfach einen witzigen Abend zu haben und sich gegenseitig eins auf die Mütze zu hauen. Dafür reicht Arcadia-Quest, das Basisspiel, vollkommen aus. Nehmen wir an mich, nach der Corona-Krise mal wieder bei René vorbeifahren und eine Runde Arcadia-Quest spielen. Machen wir. Dann haben wir auch den Arne zu einen. Ja, ich würde es auch mal gerne spielen. Ja, die Sonja auch. Also, ich meine, ich hätte jetzt fast gesagt, das können wir doch zu Pfingsten spielen. Aber ich weiß nicht, wann das stattfinden wird. Nächstes Jahr Pfingsten. Ja, genau, vielleicht. Dann packen wir es zu der Liste der 400 anderen Spiele, die wir zu Pfingsten spielen wollen. Müssen wir ein paar längere Pfingsten-Wochen draus machen. Wir haben jetzt ein Jahr vorher schon einen mit denen. Wir müssten mal spielen. Ja, ich hatte das mal hier, das Spiel. Egal. Ich weiß nur, es hat mich total angemacht. Ich wollte es auch mal spielen. Ich bin heute nicht dazu gekommen. Und wenn du es jetzt noch auf deine Top-Ten-Liste packen kannst, also auf deine Top-Drei, dann ist es etwas, wo ich sage, eigentlich, das ist etwas, was ich auf jeden Fall nachholen muss. Diese Wissenslücke muss ich stopfen. Und vielleicht gelingt es mir noch vor einem anderen Spiel, das mit A anfängt. Auf Achse? Ja. Das wollte er doch jetzt erwähnen, oder nicht? Nee, das ist nicht mein drittes Spiel. Ja, was wolltest du denn erwähnen? Achso, ich bin jetzt dran mit meinem dritten und letzten Spiel. Genau. Genau. Ich habe nämlich schon gerade eben angedeutet, als ich mich montags mit Freunden getroffen habe, um das andere Spiel zu spielen. Dieses andere Spiel ist ... A-R-K-H-L-A-N. Nein, 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 nein. Das A kann ich aber stehen lassen. Netter Versuch. Aber nein. Wir reden hier von Android Netrunner. Ah, ich wusste es. Schön, dass du es wusstest. War bei mir auch, ob das Short sitzt. Ja, aber das ist für mich so ein Spiel, das, sage ich jetzt mal liebevoll, das ist für mich, glaube ich, auch wesensbildend gewesen für alles, was ich in meinem Leben gemacht habe. Das Original Netrunner schon und das Android Netrunner ist noch mal eine Nummer besser. Es hat mich noch mehr zu einem TCG-Spieler gemacht, als ich es überhaupt bin. Es hat mir Einblicke gegeben in Abläufe für Firmen. Es hat mich überhaupt zu jemandem gemacht, der angefangen hat, für Firmen zu arbeiten und für Sammelkartenspiele, es ist etwas, was total mich zu einem Fan von asymmetrischen Spielen gemacht hat, was Ruth wirklich dann auf die Spitze getrieben hat, beziehungsweise warst, falls das irgendjemand mal gespielt hat. Dieses Gefühl, dass da zwei Leute am Tisch sitzen, die mit unterschiedlichen Ressourcen spielen, mit unterschiedlichen Regeln, mit unterschiedlichen Optionen und auch mit unterschiedlichen Mechaniken. Der eine spielt ein Bluffspiel und der andere spielt ein Rannspiel und das funktioniert auf einer Ebene, das hätte ich nie gedacht und es ist für mich eins der besten Spieldesigns aller Zeiten. Und wenn ich meine Top 100 eindampfen müsste auf eine Top 10, würde es mich nicht wundern, wenn es in den Top 3 landet. Ich habe das ja, achso, ja. Ja, mach ruhig, Anna. Ich habe das, meine erste Begegnung mit dem Spiel war, da hatte ich beim Benjamin Turk in Göttingen mal gespielt, irgendwie, hatten wir uns mal getroffen, war das glaube ich neu raus, das Spiel. Wollten wir mal Netrunner spielen. Ich weiß gar nicht, welche Seite ich hatte, ich glaube die Runner-Seite, wer kann sterben, der Runner, ne? Der Runner kann sterben, ja. Mein erster Zug war, oder ich war dran, habe irgendwas gemacht, habe angegriffen, oh, du hast das nicht mehr, du bist tot, Spiel vorbei. Das kann passieren, ja. Das kann passieren, ja, aber ich habe das, ja. Ja, wobei du natürlich auch, wenn du gegen einen Erfahrenen oder der das Spiel kennt, spielst, da hast du als Beginner auch kaum eine Chance. Das muss man dem Spiel in Anführungszeichen als negativ auch ankreiden, du hast halt diesen Erfahrungsbonus, den du da in dem Spiel hast, der ist einfach immens. Das kannst du auf der Casual-Ebene diesem Spiel ankreiden, auf der Profi-Ebene sorgt das dafür, dass man es nicht als Glücksspiel abkreiden kann, weil die Chance, dass der bessere Spieler gewinnt, ist einfach so immens hoch, weil es kein Glücksspiel ist, sondern ein Geschicklichkeitsspiel. Ja, 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 auf jeden Fall, aber wenn du natürlich so ein Einsteiger hier, ich zeige dir das Spiel mal und ich brenne dich aber in zwei Minuten runter, ist natürlich dann schon doof. Ja, ich würde meinem Einsteiger immer sagen, du spielst den Konzern, weil dann kannst du nämlich Sachen heimlich machen und ich nehme die, wie ich finde, schwierigere Rolle des Runners. Es gab immer Zeiten, wo mal die eine oder andere Seite gefühlt stärker war, es hielt sich aber irgendwie immer 50 Prozent in meinen Augen, aber der Runner ist deutlich, deutlich schwerer, weil er viel mehr abschätzen muss, weil er mehr über die Karten wissen muss. Das muss der Konzern nicht. Der Konzern muss nur verstehen, ich will Sachen heimlich hinlegen und ich will da Sachen davor packen, um es zu verdecken. Da muss ich nur das Gefühl dafür haben, habe ich genug Geld? Kann ich mir das noch leisten? Wo kann ich blöffen? Blöffen ist viel einfacher zu lernen. Gutes Blöffen ist nochmal eine andere Geschichte. Aber die ersten Blöffen-Mechanismen sind einfacher zu verstehen, als das alles durchrechnen zu können, was der Runner können muss. Deswegen würde ich immer sagen, ich erkläre dir das Spiel, du spielst erstmal den Konzern. Und als Runner musst du in Anführungszeichen auch noch mehrere Züge vorausplanen, wann du deinen Run startest, wie viel Geld hast du dafür bereitgelegt, reicht das alles? Ja, aber wie gesagt, ich habe damals auch Netrunner gespielt, als es noch in der Wizard of the Coast-Variante draußen war und Netrunner wird mir auch immer mit Matthias in Verbindung bleiben und mit einem aufgesägten Würfel bei einer Meisterschaft. Ja, warst du auch auf dieser Meisterschaft? Ich war auch da, ich habe es gesehen, als der Steven hieß er, ne? Steven Holodinsky! Moment, was? Ich wusste zwar nicht, wer du warst. Bringt uns mal bitte. Aber Steven Holodinsky kannte jeder. Es gab eine Meisterschaft von Netrunner und da sind wir damals auch hingefahren, in Rotenburg war das, ne? Rotenburg ob der Tauber, genau, das war auf dem FSF von Amigo, dem Fantasy-Spielefest. Und da sind wir da alle hin und dann gab es halt dieses Turnier und da hat irgendwann Matthias, den kannte ich noch nicht als Matthias da, also ich kannte ihn nur als Netrunner-Spieler und er hat gegen diesen Steven gespielt und Matthias hat gewürfelt und erstaunlich oft Sechsten gehabt, ne? Oft? Einmal? Ne, ne, okay, die ganze Geschichte. Ja, bitte. Ich hatte, ich hatte eine, äh, einen, äh, Bloodhound. Also ich hatte eine Karte, die, äh, ne, 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 ne Asset, das konnte ich resen, das so hieß Würfel mit nem Würfel und wenn du genauso viel oder weniger würfelst, wie der Runner Tags hat, dann hast du gewonnen. Da machst du irgendwie 15 Braindamage oder sowas oder, oder Meat Damage. Und er hatte genau einen Tag. Ich nahm aus meinem Beutel mit Würfeln, ich hatte so einen großen Beutel, da waren ganz viele Würfel drin, nahm ich einen beliebigen raus, das war so einer von diesen typischen Würfeln, ich würfelte ihn, ich würfelte eine Eins. Spiel war vorbei. Steven Holodinsky, ein Kanadier, der seit 15 Jahren in Deutschland lebte, dessen Deutsch leider immer noch null war zu diesem Zeitpunkt, regte sich fürchterlich auf, ließ den Choleriker raussitzen und warf mir vor, ich hätte geschummelt und mit Absicht einen gezinkten Würfel genommen. Was ich total lächerlich fand, weil ich nahm den Würfel, ich würfelte, es kamen alle möglichen Ergebnisse. Die Chancen waren einfach 17 Prozent, das ist jetzt nicht ein Prozent, sondern 17 Prozent. Und er nahm sich das Recht heraus, er nahm sein Taschenmesser und er fing an, diesen Würfel aufzusägen. Ich habe beide Hälften noch hier zu Hause in meiner Würfelsammlung und der Würfel hat in der Mitte natürlich eine Luftblase gehabt, das ist ein Billigwürfel, aber der war mehr oder weniger in der Mitte. Daraus zu glauben, dass die Chancen von diesen 17 Prozent auch nur irgendwie abweichen, ist so hanebüchenweit gegriffen, aber ja, das ist tatsächlich hängen geblieben und ich erzähle diese Geschichte immer noch gerne und ich weiß, der Steven Holodinsky ist irgendwann wieder zurück nach Kanada und hat angefangen, Eishockey-Spiele zu moderieren. Und allein dafür werde ich dieses Event nie in meinem Leben vergessen. Ja, das bleibt für mich auch immer eine Netrunner-Erinnerung. Das war unglaublich. Und wie er sich aufgeregt hat. Oh ja. Er hat immer das Gefühl, es geht gerade um sein Leben. Und man muss dazu sagen, diese Netrunner-Szene war sehr klein und der Steven kam aus Bonn, also nicht weit von meinem damaligen Wohnort entfernt und damals hat er dann auch Netrunner-Turniere organisiert. Und ich bin mit einem Kumpel aus Brühl dann dahin gefahren und dann waren wir auf diesem Turnier zu dritt. Steven, mein Kumpel und ich. Und kein Mensch. Oh, tut mir leid. Aber ihr habt unter freiem Himmel gespielt, weil der Typ war ja Dauerraucher. Das war ja schlimm. Ja, vor allem nur seine selbst gedrehten Dinger, der da, ich weiß nicht, was hat er da Kuhdung oder was er da geraucht hat. Ich weiß es nicht. Nein, das war auch in irgendeiner Kneipe. Ich weiß, der hat halt diesen Raum auch irgendwie extra, ich weiß nicht, ich hoffe, er hat ihn nicht gemietet, sondern nur freiräumen lassen. Das war echt eine schöne Zeit, ja. Ja, der ist auch einmal, ich habe ihn ja schon vorher kennengelernt, der ist ja einmal nach Berlin gekommen, weil wir hatten auch regelmäßig Turniere. Und ich glaube, wir waren an dem Tag irgendwie 16 oder 20 Leute. Und das war halt wirklich so, wir saßen alle in einem schönen, klimatisierten Raum. Und wenn wir ihn gegen ihn gespielt haben, mussten wir draußen raus, wo er vom Rauchen nicht wegkam. Also, das war dann natürlich auch so eine kleine Ungewöhnung, aber man hat ihn halt auf seine Weise kennengelernt. Ich werde ihn nie in meinem Leben vergessen. Dieser Würfel wird mich auch immer daran erinnern. Und jetzt zu wissen, der René war auch bei diesem Event in Rotenburg, Ob der Tauber, das ist auch schon gut zu wissen. Und ja, es war einfach zu schön und zu witzig. Es gibt einfach Leute, die vergisst man in seinem Leben nie. Nee, nee, das stimmt. Und manche möchte man schnell wieder vergessen. Ja, aber die brennen sich ein. Gut, aber dann haben wir, glaube ich, unsere Top-X durch. Angereichert mit jeder Menge Anekdoten. So gehört sich das doch. Ja, wenn jetzt von der Hörerschaft noch jemand sagt, da fehlt aber noch ganz auf jeden Fall unbedingt Spiel, das mit A anfängt, schreibt uns das in die Kommentare oder kommt zu uns in den Discord und schreibt das dann da in unseren Channel rein. René, kein Acker im Hocker, ne? Was ist da los? Ja, ich musste mich entscheiden. Ich musste Prioritäten setzen. Ich habe auch Attica von meiner Top 100 nicht nennen können. Matthias, jetzt nicht alle aufzählen. Das waren sie schon. Ich hatte von eben den drei Spielen, die ich genannt habe, hatte ich noch Agricola, Azul und Attica. Hättest du noch was gehabt, Arne? Ich hätte nur ab in die Tonne gehabt, ja. Und Sonja, hättest du auch noch einen im Petto gehabt? Ja, aber besser nicht. Nein. Sonja, deine Gelegenheit, Adventure Island zu sagen. Nein. Das hat mich nicht ausreichend begeistert. Ich habe tatsächlich gehofft, dass jemand Azul nennt und dass jemand die Adventure Games nennt. Aber da habe ich tatsächlich bei Adventure Games auf René gehofft und bei Azul auf Arne. Toll, so einfach. Wie berechend war. So berechend war sind wir. So berechend war sind wir. Obwohl, Arkham Horror. Und Agricola war mir auch klar, dass das noch jemand nennt. Deswegen konnte ich mich da auf aller Erde konzentrieren. Ich gucke mal, was bei Beso los ist. Ja, irgendwann werden wir die Reihe dann fortsetzen. Nicht nächstes Mal. Aber so in unregelmäßigen Abständen werden wir einfach nochmal zum nächsten Buchstaben greifen und so nach und nach durchs Alphabet spielen. Bei B hätte ich schon drei. Also wir könnten gleich weitermachen. Interessanterweise bei B habe ich in meiner Liste genau drei Spiele. Also ich bin auch schon fertig, ja. Dann kann ich das eine schon mal streichen. Kann ich noch ein anderes nehmen. Schwieriger wird es bei C. Ja, egal. Weil bei C habe ich 14 Spiele. Egal. Genau, egal, Karl. Ja, wie gesagt, schreibt uns in die Kommentare, Twitter, Facebook und so weiter. Genau. Und ansonsten. Wie fandet ihr? Wenn wir das Schleifchen drum machen. Wie fandet ihr denn das? Das würde mich mal interessieren. Achso, ob das Sinn macht mit den Buchstaben? Mhm, genau. Ja, das würde mich auch interessieren, was die Hörer dazu sagen. Wie gesagt, schreibt uns gerne Kommentare. Am liebsten derzeit im Beeple Community Discord. Ja, genau. Wir können das Tod reiten noch ein bisschen. Gibt noch ein paar Buchstaben. Du weißt, das uhrische Alphabet hat sogar 40. Ja, dann nehmen wir das. Ob wir da alle Spiele finden, na egal. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Schluss und hören uns nächste Woche wieder. Genau. Alles klar. Bis dann. Tschüss. 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 Wir müssen nochmal Tschüss sagen. Tschüss. 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 Tschüss.